Ja, Meddle-Leute, einige werden es ja sicherlich mitbekommen haben. Zwischen dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, und dem Video heute, habe ich eine kleine Umfrage bei mir auf dem Kanal veröffentlicht, wo ich euch gefragt habe, welches Video ihr gerne als nächstes hier sehen würdet. Und den Gewinner davon, den gucken wir uns heute an. Ich habe aber gedacht, vielleicht wäre es ganz interessant, wenn wir vorher nochmal in die Umfrage reinschauen, was da so für ein Ergebnis rauskam. Falls euch das gar nicht interessiert, findet ihr bei mir in der Beschreibung einen Timestamp. Den könnt ihr benutzen und dann führt er euch praktisch direkt zu dem Start von dem eigentlichen Hauptvideo. Und was ich auch grundsätzlich in jedem Video mache, falls ihr mal ein Video von mir seht, wo ihr denkt, das würde ich gerne ohne Kommentar sehen, da habe ich auch immer den entsprechenden Link zu dem Originalvideo in meiner Beschreibung. Das heißt, wenn ihr sowas mal sucht, dann könnt ihr da gerne gucken. Aber der Rest, der darf jetzt gerne noch hierbleiben. Und dann gucken wir mal zusammen in die Ergebnisse rein. Es waren hier vier Sachen zur Wahl. Und ich würde mal ganz unten, also von den Prozentzahlen, unten anfangen auf dem vierten Platz. Da haben wir Rainer und Berndian das Gespräch mit immerhin noch 14 Prozent. Also man kann immerhin sagen, es ist jetzt keiner von den Optionen super abgeschlagen. Es krebst jetzt keiner mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Prozent oder so rum, sondern es besteht an allen vier Videoideen zumindest ein bisschen Interesse. Und das würde ich jetzt auch einfach mal so mitnehmen, dass man sagt, na ja gut, das kann man sich alles noch vormerken. Also das ist jetzt auch nicht so. Ich glaube, das habe ich nicht so gut rübergebracht. Es ist jetzt nicht so, dass nur der Gewinner hier in einem Video verarbeitet wird und der Rest ist für immer verloren, sondern es geht eher um die Priorität. So, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich fange jetzt erstmal mit dem meist Abgestimmten hier an und dann für die anderen Sachen kann man sich einfach für später vormerken. Ja, auf Platz drei haben wir mit 20 Prozent den Mario Kart 8 Stream. Der ist inzwischen so ein bisschen mein stiller Begleiter geworden hier auf dem Kanal, weil, ja, ich habe den schon ganz lange im Auge. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass ich da nicht so viel zu sagen kann. Ich finde das bei Gameplay immer ein bisschen schwieriger, weil die bestehen wirklich zu, also jetzt der Mario Kart 8 Stream zum Beispiel oder auch halt so die Sachen wie Assassin's Creed oder, wie heißt das Spiel, Tony Hawk Downhill Jam. Das sind so, da gibt es so Zusammenschnitte von und die bestehen halt wirklich fast nur aus Ausrastern. Und die mag ich sehr gerne, die gucke ich mir sehr gerne an, aber ich muss dann mal überlegen, was man so gut dazu sagen könnte. Aber das wird schon irgendwie hinhauen. Und den Mario Kart 8 Stream, den habe ich auf jeden Fall auch noch. Wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich mir den auch nochmal angucken. Auf Platz 2, auf einem guten zweiten Platz mit 29 Prozent, haben wir das Drachenlady-Interview. Das war so die letzte Option, die mir noch eingefallen ist. Ich hatte das lang nicht mehr auf dem Schirm, aber letzt habe ich mit Gumbel nochmal, ich weiß gar nicht mehr wie, aber wir sind irgendwie auf dieses Drachenlady-Interview nochmal gekommen, haben darüber geredet. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, was das für eine Zitatschleuder ist, dieses Video. Also da ist ja wirklich pro Minute fällt da locker ein Satz, der bis heute unvergessen ist. Und das ist auf jeden Fall was, also man sieht ja auch, da haben wir auch einige Interesse dran, das ist auf jeden Fall was, was man sich nochmal angucken kann. Und auf Platz 1 haben wir das, was wir uns heute anschauen, sogar mit einem ziemlichen Vorsprung. Nochmal 37 Prozent haben abgestimmt für Rainer vs. Bibelchannel. Und ja, bevor ich dazu jetzt mehr sage, würde ich sagen, wir gucken jetzt einfach schon mal rein. Wir gehen mal rüber. Ich muss hier nur kurz mit dem Bildschirm hantieren, Sekunde. Also mit den Fenstern besser gesagt. Und da sind wir auch schon. Mit dem guten Benedikt, dem Bibelbene, wie er auch genannt wurde. Ja, das hier ist das Video, was wir uns heute anschauen. Der Rainer, der unterhält sich mit dem Bibelchannel. Und ich glaube, in diesem Fall, bei diesem Video, muss man gar nicht so eine große Einleitung geben. Also das Wichtigste wäre halt einfach zu wissen, wer der Bibelchannel ist. Die meisten werden das noch wissen, aber ich gebe eine ganz kurze Info rüber. Also der Bibelchannel, der war auf YouNow. Man sieht ja oben hier auch das Datum, 19.09.2017, ist jetzt gut vier Jahre her. Der war auf YouNow aktiv und hat halt, wie der Name schon sagt, hat viel in Richtung Glaube und Religion und Bibel gemacht. Und er hat sich halt wirklich gegeben als so ein sehr bibeltreuer, ich weiß nicht, ob man das schon orthodox sagen würde, aber halt schon sehr, also ein sehr religiöser Mensch hat er sich halt gegeben, ein sehr religiöser jünger Mann. Und das hat dann diverse, ja, Leute, die ihn verarschen wollten, dann einfach hat er damit angezogen. Und das wurde dann eine relativ große Nummer auf YouNow. Und er ist dann tatsächlich auf Platz 1 immer wieder gelandet. Und ihr könnt es euch bestimmt fast denken, das hat dem Rainer natürlich gar nicht geschmeckt, dass da auf einmal irgendein anderer Kasper ankommt und ihm den Müllthronen auf dem Abfallberg YouNow streitig macht. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Und deswegen muss der Rainer natürlich jetzt erstmal ins Gespräch mit ihm gehen und ihm ein bisschen die Leviten lesen. Was soll das? Und ja, und das ist dann eben das, was wir uns angucken. Eine letzte Sache, die man noch über hier den Benedikt wissen müsste, der hat hier eine Rolle gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt, hat er das noch nicht, glaube ich, öffentlich bekannt gegeben, sondern er hat sich wirklich hundertprozentig in dieser Rolle verhalten. Aber es gibt auch zum Beispiel auf YouTube und so, gibt es dann, kann man nachgucken, wo er dann sich entsprechend geäußert hat und hat dann die Maske fallen lassen. Er hat halt gesagt, ich habe das mehr oder weniger aus Unterhaltungszwecken gemacht und habe diese Rolle gespielt. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich das heute dann nochmal so im Rückblick anguckt, das einfach zu wissen. Aber also im Video selbst kommt das halt nicht zur Sprache, weil da geht man einfach noch davon aus, dass es der Bibel-Benedikt, der wirklich so ist und keine Rolle spielt. Der Rest, würde ich sagen, der ergibt sich dann von selbst, weil gerade hier in dem Video die ersten 20, 25 Sekunden oder so, die sind schon, gelinde gesagt, sehr vielsagend. Also das ist vielleicht so von meinen, also von den Sachen, die ich hier so, zumindest die ich bisher hier bearbeitet habe auf dem Kanal, ist das vielleicht so mein liebster Einstieg in einen Video-Ausschnitt. Ich sage gar nicht mehr dazu, wir gucken einfach mal rein. Oh, es tut ja jetzt schon weh. Hallo, guten Tag. So, sorry. Ich musste erst mal meinen Hochladen unterbrechen. Alles super, alles super. Zunächst mal würde ich gerne dir helfen und nicht andersrum. Okay, eine Frage kurz vorher. Also das ist doch schon mal ganz großes Kino, wie das hier losgeht. Der Rainer, wie der sich ins Bild wuppt, sich auf die Couch fallen lässt und dann kein Hallo, keine Begrüßung, kein gar nichts, sondern direkt loslegt mit, du hast mir nichts zu helfen, jetzt helfe ich dir erst mal. Er geht sofort da rein und ist so wie, Junge, du hast mir überhaupt nichts zu erzählen. Ich bin hier die Nummer eins und jetzt werde ich dir erst mal was erzählen. Also der Rainer, der sagt ja immer so gern, haben euch eure Eltern keine Manieren beigebracht, aber nicht mal eine Begrüßung kann er sich abbringen. Also Mensch, Mensch. Darf ich, ich weiß, wer du heißt, Rainer, soll ich dich Rainer nennen? Du hast es mir egal. Okay. Rainer oder Drache ist der Standard. Nein, nicht die Rainer, ist mir lieber. Ja, zunächst mal, dir ist schon klar, dass 99,995% plus minus dich Leute hier verarschen. Es riefen eine Menge Leute an, die mir Quatsch erzählen, aber es sind auch genug Leute da, die mir helfen und geholfen werden, haben wollen. Also das Problem ist, dass es hier Leute gibt, die herkommen und sowas wie Segne Eva Braun, dir ist klar, wer das ist, oder? Weil wenn nicht, hast du eine, bitte entschuldige, ich will keine Beleidigung sein, eine sehr schlechte Allgemeinbildung. Das ist nämlich die Frau von Adolf Hitler gewesen. Quatsch. Und obwohl es, das war die Frau von Adolf Hitler, das ist kein Quatsch. Das haben dir sogar Leute hier im Chat geschrieben. Die anderen will sie sehen. Wie ekelhaft er direkt ist, wenn er einmal, also man muss hier wirklich, man kann es nicht auf genug sagen, wir haben hier im Prinzip zwei Leute, der Benedikt, der tut dümmer, als er ist, und der Rainer, der tut halt immer klüger, als er ist. Und das ergibt dann auch so eine schöne Dynamik. Aber dadurch, dass der Benedikt jetzt so tut, als wüsste er nicht, wer Eva Braun ist, ergibt sich einmal diese seltene Gelegenheit, oder die seltene Situation, dass der Rainer mal was weiß, was sein Gegenüber nicht weiß, oder zumindest vorgibt, nicht zu wissen. Und ich finde, man sieht hier direkt, wie ekelhaft er dann direkt wird. Hier dieses Lachen auch noch so, dieses abfällige Lachen und dann so, das gehört aber schon zum Allgemeinwissen. Also man sieht, jetzt hat er hier einmal, das ist immer ganz schlimm, wenn der Rainer mal das Oberwasser hat, dann sieht man mal, wie er wäre, wenn er wirklich kompetent wäre, und so böse sein könnte, wie er wirklich gerne wäre. Weil das Einzige, was ihn ja davon abhält, noch mehr Schaden anzurichten und Leute noch mehr auszunutzen, ist ja eigentlich seine eigene kognitive Eingeschränktheit und seine Inkompetenz. Also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, wir sind ja auch heute im Bibelvideo sozusagen, das ist einfach eine Gnade Gottes, dass der Rainer so kognitiv eingeschränkt ist, wie er nun mal ist. Weil stellt euch mal vor, der wäre wirklich kompetent und könnte auch auf einer realen Basis die ganze Zeit Leute belehren. Das wäre ein einziger Albtraum. Also wenn er die gleiche Arroganz hätte, wie er sie jetzt hat, das ist, ich glaube, das ist unsere einzige Rettung im Prinzip, dass der Rainer einfach gar nicht in der Lage ist, dass er irgendjemandem was erklären kann. Weil wenn da wirklich, wenn es da was gäbe, was er erklären könnte, und zwar vernünftig, dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann aussehen würde. Meine Bedeutung ist eine sehr schlechte Allgemeinbildung. Das ist nämlich die Frau von Adolf Hitler gewesen. Quatsch. Und obwohl es, das war die Frau von Adolf Hitler, das ist kein Quatsch. Das haben dir sogar Leute hier im Chat geschrieben. Also bitte einmal notieren, fürs Allgemeinwissen, Eva Braun wichtig, falls ihr zum Beispiel so sinnlose Informationen im Kopf habt, wie zum Beispiel, ob Polen im arabischen Raum liegt oder nicht, das bitte entfernen und dann merkt euch die bei Eva Braun, weil das gehört ins Allgemeinwissen. Das ist viel wichtiger, als wo Polen liegt. Ja, dann gilt die Segnung nicht. Ich kann ja keine Sünder gesegnen. Davon abgesehen, ist die schon gestorben, soweit ich weiß. Dann kann ich sie sowieso nicht segnen, dann gilt die Segnung nicht. Also alles okay. Davon abgesehen, solltest du vielleicht auch ein bisschen offener für die Welt sein. Ich bin offen. Ja, das Problem ist, ich habe im Nachhinein... Das sagt aber, schönes Frame übrigens gerade, das sagt auch gerade wieder der Richtige, das ist tatsächlich eigentlich einer der reflektiertesten Momente, den der Rainer hat. Das war glaube ich nach Wien, nachdem er seine ganz großartigen Aussagen über Wien getroffen hat. Dann hat er danach ja sein, also in Anführungszeichen, Entschuldigungsvideo dazu noch rausgehauen und da hat er ja gesagt, ich habe halt einfach keinen Kopf dafür, was in der Welt passiert. Ich bin so damit mit mir selbst beschäftigt und mit dem, was in meinem direkten Radius passiert, dass ich... Der Rest interessiert mich gar nicht. Ich kann nicht offen für die Welt sein. Und das stimmt halt. Also er ist wirklich 100% mit sich selbst und mit, naja, den, keine Ahnung, den 10 Metern, die so um ihn rum sind, wahrscheinlich beschäftigt. Und der Rest, der tangiert ihn im Prinzip gar nicht. Aber hier fordert er es dann von anderen Leuten ein, du solltest offener für die Welt sein. Schon, wie gesagt, ich will dich nicht beleidigen und so weiter, ja. Und falls du mich jetzt rausschmeißt, wenn ich dir sage, was ich sagen will. Nein, alles super. Ich bin offen. Ich bin hier auf YouNow mit einer von den allergrößten Streamern. Soll es nicht arrogant sein oder so, sondern nur, dass du Bescheid weißt, wer ich bin. So viel, wie ich von dir höre, glaube ich dir das. Ich bin auch, abgesehen von dir, immer auf Platz 1. Also außer wenn du da bist, bin ich auf Platz 1 immer. Das liegt aber bei dir nur deswegen daran, dass du auf Platz 1 bist, weil eben sehr, sehr viele Leute hier sind, die dich verarschen wollen. Tatsächlich gibt es oder gab es vorher keinen YouTuber oder YouNower, der... Also das ist, habe ich ja auch schon im Kurzen der Einleitung gesagt, das ist halt der einzige Grund, warum er hier ist. Der Grund, warum der Rainer hier ist, ist, um zu sagen, ja, du bist jetzt vielleicht gerade auf der Nummer 1, aber das ist nicht legitim, weil A, B, C, irgendwelche Gründe, die ich mir jetzt halt ausdenke, ich bin hier eigentlich die wirkliche Nummer 1 und so und ich erkenne dir das ab und du solltest wissen, ich bin hier eigentlich der wirkliche Star und du hast nichts zu melden. Und man sieht auch im Reine, wie der hier, der ist richtig, ist auch, glaube ich, ein bisschen rot im Gesicht und er ist ganz, ganz fokussiert gerade. Er will ihm das halt wirklich reinhämmern. Er ist halt wie so ein Tier, das ist rhetorisches Revier markieren im Prinzip. Er will sein Revier hier schützen und sagen, nein, ich, das ist meins, das ist alles meins und du hast dir nichts zu melden und man sieht das aus jeder Pore, Alter, bei ihm. Guckt euch mal diese, guckt ihn euch mal an hier. Und auf der anderen Seite haben wir halt den Bibelchannel, der hat ja seine ganze Persona nur deswegen erfunden, um halt ein paar lustige Streams zu machen und lustige Situationen zu erschaffen und deswegen, der will halt einfach ein paar witzige Sachen da rausholen. Also, das ist ein Aufeinandertreffen, das könnte man sich nicht schöner ausdenken. Mehr gehatet wurde als ich, mal abgesehen vielleicht von der Größenordnung. Wenn jemand mehr Abos hat oder mehr Zuschauer hat, wird er natürlich auch gehatet und das ist die Größenordnung größer. Willst du darüber reden, wie du dich fühlst dabei? Ich fühle mich dabei überhaupt nicht. Ich mache das Ganze seit über fünf Jahren. So lange schon? Ja, es gibt auch keinen, der damit mithalten kann. Warte mal kurz, mir wird es gerade so warm. Mithalten hin, wie ich wir haben. Wie er einfach hier dieses Poster mit seinem eigenen Gesicht hat. Das gibt mir so ein bisschen Vibes von Leuten, die sich selbst als Hintergrund auf dem Handy haben, so als Wallpaper. Also, Sachen, die mir passiert, wenn es anderen passiert wäre oder ist und das ist es schon tatsächlich, bringen die sich um. und das ist nicht selten der Fall. Wer bringt sich um? Leute, die gehatet wurden. Es gibt in den USA mehr als ein Beispiel und auch in Deutschland, die, also Leute, die haben sich umgebracht oder sind Amok laufen oder sonst was. Aber ich bringe mich doch nicht um. Ich mache doch genau das Gegenteil. Ich versuche den Leuten zu helfen und nicht, nicht, genauso wie ich, okay. Darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Das ist alles, was bei mir schon passiert ist. Ja? Das ist komplett konfus. Also, warum erzählt der es ihm denn jetzt? Weil er hat ja gerade selber gesagt, es geht nicht darum, es geht nicht um dich, sondern jetzt, jetzt fängt er wieder von sich selbst an. Das ist halt im Prinzip einfach nur, ja, was er damit sagen will, seien wir ehrlich, das weiß auch jeder. Er will jetzt halt sagen, Leute, die Ähnliches mitgemacht haben wie ich oder noch weniger mitgemacht haben wie ich, die haben halt direkt aufgegeben und die haben sich dann umgebracht oder was auch immer und ich bin halt so stark, dass ich das alles ertragen habe. Bei anderen, bei denen nur die Hälfte oder nur halb so viel passiert ist wie bei mir oder auch nur halb so schlimm ist, die haben sich umgebracht, unter anderem. Oder haben sich aus dem Internet gelöscht und alles, was ja auch sinnvoll ist dann. So, was ich jetzt letzten Endes hinaus sagen möchte ist, äh, ja gut, da war es jetzt auch nochmal. Also, die einzige Funktion davon ist jetzt, weil das ist ja auch die einzige Lebensleistung, die der Rainer hat, das zieht sich auch bis heute durch, ist halt immer, ich habe x Jahre ertragen, ich habe, ähm, andere Leute haben sich umgebracht, sind amok gelaufen, sind, äh, haben sich auf den Mond schießen lassen und so weiter und so fort, weil niemand die Stärke hat, die ich habe. Ähm, ja, also das, das kennt man ja auch schon zu Genüge. Wobei ich ja ehrlich gesagt der Meinung bin, dass, ähm, ich nehme den Rainer so wahr, dass der immer den einfachsten Weg für sich selbst nimmt. So, egal worum es geht, er nimmt immer die einfachste Option, und dementsprechend kaufe ich ihm auch nicht ab, dass er diesen Hate, ähm, erträgt, weil, ähm, weil das für ihn irgendwie eine, weil er ein Zeichen setzen will oder so, sondern ich bin der Meinung, das macht er auch nur, weil er, weil das für ihn die einfachste Option ist. Ähm, ich glaube dem Rainer ist das angenehmer und das ist für ihn einfacher zu handeln, wenn er halt, ähm, drei, vier, fünf Mal am Tag, äh, vor sein Tor geht und ein paar Leute anschreit und, ähm, er halt gehatet wird, das ist, glaube ich, immer noch lieber, als wenn er, ähm, einer regulären Arbeit nachgehen müsste. Deswegen, ähm, er verkauft es immer so, dass ich hab das, äh, ja, ich hab hier den, den eisernen Willen und so, und hab immer weitergemacht, aber, äh, für mich ist das kein gutes Argument, weil ich glaube, ähm, ist, das ist halt die, die einfachste Option, die er hat, und beziehungsweise, inzwischen ist es wahrscheinlich die einzige Option, die er hat, weil was soll er denn sonst noch machen? Der wird nicht wieder ins Arbeitsleben reinfinden. Dass ich bei dir oft das Gefühl hab, dass du gar nicht verstehst, dass die Leute dich verarschen wollen. Das mit Eva Braun zum Beispiel, äh, ist eine, naja, man muss ja nicht jeden kennen. Nee, 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 Gottes Willen, gar nicht, aber, ähm, Eva Braun ist so Allgemeinbildung, ja, das gehört so zum Allgemeinwissen. Das wusste ich schon zum Beispiel, auch wenn es bei mir über Umwege war. Entschuldige, ich hab erst, bin erst vor einiger Zeit operiert worden. Operiert? Was hast du für eine Operation durchgemacht? Das ist, finde ich, interessant. Die Galle? Die Galle ist rausgekommen? Ja, Gallensteine. Gallensteine. Ja, auf jeden Fall, es ist halt wirklich sehr viel... Ich hab gehört, pinkelt man die nicht aus? Das sind Nierensteine. Und, äh, das ist auch nicht immer, dass man die auspinkelt. Die können auch operiert werden. Und, äh, ja. Also, ich hab mitgekriegt, wenn das stimmt, was du gesagt hast, du bist 17, richtig? Oder wirst du jetzt 18? Ich werde 18 in... Ja, will ich jetzt nicht verraten. Ist nicht wichtig, darum geht's nicht. Aber, aber so zwischen drei Wochen. Okay, also, ich bin gut zehn Jahre älter als du. Und, äh, ich, wie gesagt, mach das jetzt seit... Du bist 27? 28. 28. 28, richtig. Sorry, eine Sekunde. Ich muss hier gerade mal was... Ich mach hier gerade einen kleinen Schnitt. Ich muss hier mal was raussuchen. So, vielleicht kennen einige das hier noch aus dem, ähm, aus dem Deutschunterricht. Ich glaub, das ist was, was man in Deutsch durchnimmt. äh, in der Schulzeit, äh, das, ja, Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Ich musste da gerade so dran denken, dass ich es jetzt einfach schnell rausgesucht hab. Ähm, weil, äh, also, ganz kurz erklärt, also, das Modell sagt im Prinzip, wenn, ähm, jemand eine Aussage tätigt, dann ist er der Sender und der hat dann... hier Schnäbel steht hier, das finde ich ganz nett, ähm, er hat dann, er spricht dann im Prinzip, wenn er, wenn er ein, etwas sagt, dann hat er es vier Ebenen, sozusagen. Und das ist, ähm, der sachliche Inhalt, dann ein Appell, ein Beziehungshinweis und die Selbstkundgabe. Und die Person, die das dann, ähm, wahrnimmt, also, die das dann hört, ist der Empfänger. Und diese Person kann es dann auch mit vier Ohren praktisch hören, kann es dann auf diesen vier Ebenen hören. Und, ähm, je nachdem, wie der, wer der Sender ist und wer der Empfänger ist, kann es sein, dass, äh, der Sachinhalt ausgeprägter ist, dass, äh, der Appell ausgeprägter ist und manche Sachen weniger ausgeprägt sind und so weiter. Ähm, jetzt mal als ein Beispiel, stellt euch mal vor, ihr habt einen Chef, ähm, und ihr macht halt ein früher Feierabend an dem Tag und der kommt dann an eurem Schreibtisch vorbei und der sagt dann, ja, ähm, machen Sie heute früher Feierabend. Und, jetzt sagen wir mal, dieser Chef, der ist jemand, das ist eine sehr sachliche Person, der will vielleicht so ein bisschen Smalltalk machen und der sagt, der will im Prinzip wirklich gar nichts anderes damit sagen, als, ach ja, ja, sie machen halt früher Feierabend, okay. Aber, es kann jetzt sein, dass, äh, wenn man jetzt der Mitarbeiter ist, dass man das auf einer anderen Ebene stärker wahrnimmt, also, dass man zum Beispiel dann denkt, ähm, ist das jetzt ein Appell an mich, dass ich, äh, weniger, also, dass ich nicht früher Feierabend machen soll, will er mir implizit sagen, äh, sie sollten heute ganz regulär arbeiten, sonst, ähm, denke ich schlecht von ihnen zum Beispiel, oder ist es ein, es könnte auch sein, dass man das als Beziehungshinweis wahrnimmt und, äh, dann hört man da raus im Prinzip, ich bin dein Chef und, äh, ich gucke drauf, wie viel du arbeitest und da solltest du ein bisschen vorsichtig sein, ähm, und so weiter und so fort oder halt die Selbstkundgabe, das, dann würde im Prinzip gesagt werden, ja, ich habe mitbekommen, dass du früher Feierabend machst und, ähm, das ist halt so, das ist immer eine schöne, relativ simple Erklärung dafür, warum es oft Kommunikationsprobleme gibt, das ist ganz oft, warum überhaupt Streit, ein Streit beginnt, ja, ähm, weil, äh, jemand sagt, was auf eine Ebene, aber es kommt auf der anderen Ebene an und so kommt es zu einem Missverständnis und so weiter, aber warum ich das jetzt hier, ähm, rausgesucht habe, ist, weil, äh, wie der Rainer redet, ich spule nochmal, gerade mal kurz zurück, ist nicht wichtig, darum geht es nicht, aber, aber so zwischen drei Wochen so. Okay, also ich bin gut zehn Jahre älter als du, und, äh, ich, wie gesagt, mache das jetzt seit, du bist 27? 28. 28, ja, ich bin jetzt auch erst 28 geworden, seit August, ähm, und ich habe viel schon mitgemacht und schlimmer, und bis jetzt schlimmeres, also was bei dir momentan abgeht, äh, und ich habe auch erst überlegt, was ich halt mache und so, ob ich vielleicht auch irgendwie, weil es hast du ja soweit, ich, also ich kenne das nur was von Freunden, ja, weil ich beschäftige mich eigentlich mit nichts, was mich nicht interessiert, ähm, das geht nicht gegen dich, sondern einfach deine Thematik, mit Religion und so, interessiert mich nicht, deswegen schaue ich es normalerweise. Das ist ja jedem die eigene Meinung, wirklich, es ist ja, kann ja deine eigene Meinung sein. Genau, äh, und normalerweise schauert ich dich auch gar nicht, aber ich weiß das von ein paar Freunden. Also ich finde hier, der Rainer, der macht halt, äh, immer, der hat einen ganz dünnen Sachinhalt, da gibt er sich im Prinzip selbst Stichwörter, um dann auf das zu kommen, was er eigentlich sagen will, und, aber im Prinzip spielt sich alles hier bei der Selbstkundgabe ab und eigentlich auch beim Beziehungshinweis, weil alles, die, alles worüber er gerade redet, die ganze Funktion davon, also so, ich versuche ihm zu folgen, aber ich verstehe überhaupt nicht, was er jetzt eigentlich will. Also wie ich das verstehe, versuchte sich so zu inszenieren, dass er im Prinzip, ähm, zum Bibelchannel kommt und sagt, äh, pass auf, äh, ich habe Erfahrungen mit Hatern und du solltest da vorsichtig sein. Also so, wenn man es ihm wirklich ganz wohlwollend auslegt, dann würde ich das so vielleicht verstehen, ja, und das wäre dann der Sachinhalt, aber es ist halt, also es trifft wirklich aus allen Poren, äh, dass es einfach nur, äh, komplette Selbstkundgabe hier, die ganze Zeit, ich habe, ich habe so viel ertragen und, ähm, ich bin eigentlich die Nummer eins und so weiter und, äh, hier auch der Beziehungshinweis, das jetzt mit dem Alter und mit dem, ich mache das schon so und so viele Jahre und, äh, vor allem jetzt gerade, es hat gar nicht mehr aufgehört, äh, jetzt gerade am Ende war noch mit dem, ähm, ich gucke dich eigentlich gar nicht, weil mich dein Kanal nicht interessiert, äh, das ist halt auch nur Beziehungshinweis, du kleiner Wurm, äh, ich, ich bin viel zu viel beschäftigt, ich bin ja in Wirklichkeit die Nummer eins, haben wir ja auch schon hier festgestellt und, ähm, ich habe überhaupt nicht die Zeit und die Muße, um mich mit irgendwelchen so kleinen Lichtern wie mit dir, äh, auseinanderzusetzen, äh, weil, also du kennst bestimmt meine Inhalte, weil ich bin ja der große Drache, ähm, aber wer du jetzt bist, keine Ahnung und so, hier ist unsere Beziehung schon mal etabliert, so, und, äh, ich, ich finde, ich musste gerade an dieses Modell denken, äh, weil das hier, ein, ein offensichtlicheres Beispiel gibt es ja im Prinzip nicht und der Appell ist halt die ganze Zeit da dabei, im Prinzip, gib mir meine Krone für Platz eins von, von YouNow zurück und, ähm, denk bloß nicht, dass du irgendwie was, äh, weil wir hier was zu melden hast, so, das ist der Appell, du sollst, du sollst akzeptieren, dass du, auch wenn, der, die, also wirklich die Situation, wie sie gerade ist, er ist ja auf Platz eins der Bibel Channel, aber der Rainer versucht die ganze Zeit diesen Appell zu machen, nein, 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 äh, wir müssen uns jetzt zusammen drauf einigen, dass in Wirklichkeit eigentlich ich Platz eins bin und, und, ich bin halt die ganze Zeit, ich versuche zum mehr oder weniger, aus Spaß gerade, hier auf der sachinhaltlichen Ebene im Rainer zu folgen, aber es ist so konfus, ich, es, es springt und es, es, es kommt einfach, was will er ihm denn jetzt eigentlich sagen, also, das macht überhaupt keinen Sinn für mich irgendwie, und es ist halt, es ist, wie gesagt, es ist fast alles hier bei Selbstgabe und Beziehung, Beziehungshinweis. dass zum Beispiel hier Leute reinkommen, ich bin der Wichser, und dann haust du sie raus, ähm, ist ja okay, ist verständlich, oder, oder die erst freundlich mit dir reden, so wie ich jetzt, und am Ende irgendeinen Scheiß raushauen. Ja, Rainer, so freundlich, hat es nicht mal ihn begrüßt. Ja, dann sowas wie Teraus, so, ja. Ja, und, äh, das sind halt so die Sachen, ähm, sind bei dir, ich weiß nicht, ob es bei dir im Real Life schon irgendwelche Probleme gegeben hat, bei mir sind die im Real Life aufgetaucht. Wo? Bei mir haben sie, ja, bei mir vor der Haustür. Wann wo denn? Real Life, reales Leben, äh, englisch, und, ja. Oh Gott, ja, das ist, das finde ich, das finde ich ja fast noch schlimmer, als das vorhin mit Eva Braun, wie er das so, äh, hier so beiläufig raus hat. Real Life, reales Leben, englisch, kennst du wahrscheinlich nicht, du kleiner Idiot. Ey. Real Life, reales Leben, äh, englisch. Ja, danke mein englisch, Leute. Und, ja, die haben halt hier wirklich schon viel Scheiße abgezogen, vor, zwei Jahren, drei Jahren, als ich auf YouTube, auf YouNow angefangen habe, gab es eine Aktion, mit der sogenannten Erdbärchen, das kannst du bei Gelegenheit mal auf YouTube googeln, oder in YouTube schauen, äh, Erdbärchen, Drachenlord, Heiratsantrag, ähm, da haben sie mich auch verarscht, äh, das ging allerdings über ein paar Monate hinweg, mit einer Frau, die mich halt hinterher dann verarscht hat, und was weiß ich alles, und, ja, letzten Endes, äh, will ich eigentlich nur sagen, du solltest wirklich überlegen, ob du es so weitermachen möchtest, wie du jetzt weitermachst, weil, äh, wie gesagt, ich habe absolut nichts, interessiert mich auch überhaupt nicht, und ich persönlich, sag's, Rainer, sag's ihm doch nochmal, sonst kriegt er nachher noch, äh, aus Versehen, die, den Eindruck, dass du auch nur einen Prozent Interesse an ihm hast, das darf nicht passieren. Ich bin für Religion, ja, interssippt mich nicht, bin Atheist, äh, im Gegenteil, ich bin sogar ein bisschen eher gegen Religion eingestellt, nur deswegen, nicht nur gegen deine, sondern gegen jede, weil, es einfach, äh, Religion wird viel zu oft missbraucht von Leuten, für irgendwelche, heiligen Kreuzzüge, für, irgendwelche Kriege, und was weiß ich alles, kriegst du selber alles mit, oder weißt du zumindest selber einen Teil davon, das ist ganz klar, und, äh, deswegen habe ich was gegen Religion. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde, jeder soll das glauben, was er will. Genau meine Meinung. Ob er schwul ist, lesbisch, hetero, ähm, ob er bisexuell ist, ob er transvestit ist, ob er, ob er, ob er eigene Entscheidung kommt. Was soll das gerade? Äh, vielleicht, vielleicht checke ich da gerade was nicht, aber, äh, also, wenn ich jetzt, hier, mit jemandem, äh, bespreche, über seinen Glaubens, Glauben oder so, also mit jemandem, über seinen Glauben spreche oder so, ähm, und, äh, wie er dazu steht und so, dann wäre jetzt nicht das Erste, was mir dazu einfällt, ob er schwul, lesbisch oder, ähm, hier, äh, transgender oder sowas ist, äh, wie, Rainer, wie kommt es denn jetzt da drauf? Das finde ich, ja gut, das sagt wahrscheinlich gerade mehr wieder über einen Rainer, als über irgendwas anderes. Äh, dass man, also, ist ja klar, wenn man, äh, wenn es darum geht, was jemand für ein Verhältnis zu Religion hat, da geht es nicht darum, was man da für eine, äh, Persönlichkeitsempfänglichkeit hat für, ähm, ja, für, für, äh, einfach religiöse Inhalte, oder wie man da von der Familie her geprägt ist oder wie man in die, äh, so in die Gemeinschaft eingeprägt, äh, eingebunden ist von der, zum Beispiel von der Kirche oder so. Das ist ja alles irrelevant. Das Wichtigste, wenn es um dich und deinen Glauben geht, ist erstmal, was du im Schlafzimmer machst. Rainer Winkler, 2017. Ob man halt in die Hölle kommt, wenn man es so sagen möchte, ne? Hölle ist wieder so die andere Sache. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass es keine Götter gibt, weil, äh, wenn es Götter geben würde, dann könnten sie, äh, auch beweisen, dass es sie gibt und dass die auch, äh, wirklich für uns da sein wollen. Wie zum Beispiel, es gibt in Afrika und so weiter genug, äh, Möglichkeiten, dass die da mal Regen fallen lassen würden, die Götter, und dann könnte man da Sachen anpflanzen. Dann hätten die da was zu essen. Aber glauben die an Gott? Nein, die glauben nicht an den Herrn. Aber sie glauben nicht an den Herrn. Darum geht's doch gerade. Das ist genau der Punkt. Würden die an Gott glauben, äh, würden die nicht an Gott glauben oder glauben die nicht an Gott, könnten die Götter dafür sorgen, dass die ihren Glauben festigen oder dass sie ihren Glauben bekehrt bekommen, wenn sie da, wenn da gegossen wird, wenn da Regen fallen wird. Wenn man sowas möchte, muss da schon was kommen. Ich meine, es wird nicht einfach gegeben, damit man, damit man dann glaubt, weißt du? Das muss von einem selber kommen. Grönloser Glaube oder Glaube sollte nicht bedingungslos sein, finde ich. Falls ihr eine Religion gründet und, oder falls ihr auch in einer Religion aktiv seid und ihr möchtet den Rainer in diese Religion dazu holen, also ihr habt es jetzt gehört, dann müsst ihr ihm aber auch erst mal was bieten. Also, das ist ja ganz wichtig, wenn man hier irgendeiner Religion beitritt, dann muss man aber auch erst mal hier ein schönes Willkommenspaket in die Hand gedrückt bekommen, weil sonst macht der Glaube ja gar keinen Sinn. Es ist klar, die Götter wollen, dass man an sie glaubt oder die Götter wollen einem helfen, die wollen, dass einen lieben. Ich bin evangelisch getauft worden. Ich bin, wie gesagt, Atheist, ich glaube nicht dran, aber ich wurde getauft, weil Jünger, Eltern entscheiden und ich habe immer beschlossen gehabt, als die mich damals getauft haben oder so, als ich dann irgendwann angefangen habe, nicht mehr an Gott zu glauben, habe ich mir gedacht, naja, warum hast du aufgehört? Weil es einfach keinen Grund gab dafür, das ist ja das, was ich gerade erklären will. Wenn die Götter uns wirklich lieben würden, dann würden sie keine Bedingungen stellen, dass wir an ihnen glauben, dass wir sie anbeten und was das sicher ist. Es sind keine Bedingungen, aber das ist sozusagen, weißt du, das ist aber, was du gar nicht gesagt hast, wenn die in Afrika nicht an Gott glauben, dann kriegen die auch keinen Regen, so ungefähr. Ja, aber wenn sie nicht an Gott glauben kann, kann der Herr ihnen nicht helfen. Ja, aber pass auf, würde der Herr machen und da er die Menschen liebt, würde er den ersten Schritt machen und dann würden die ja an ihn glauben, dann hätten sie ja einen Grund, an ihn zu glauben. Weißt du? Und das ist genau der Punkt. Das ist aber jetzt nur die eine Sache. Also wie gesagt, ich will auch jetzt eigentlich gar nicht über Gott groß reden und so weiter, ich möchte eigentlich letzten Endes einfach darauf hinaus, darüber nachdenkst, was die Leute hier machen. Kurze Sache, bevor du das sagst. Ich habe gehört, du hast eine Menge Probleme. Wollen wir drüber reden? Also ich habe wirklich eine Menge gehört. Ich habe überhaupt Probleme. Ich weiß es nicht, aber mir wurde gesagt, mir wurde gesagt, dass du richtig viele Probleme hast und ich dir da vielleicht ein bisschen helfen kann. Nein, das sind meine Hater, die behaupten, ich hätte Probleme. Im Gegenteil, mir geht es sogar weit zu gut eigentlich für das, was die mir schon alles, was die mir alles angetan haben. Dafür geht es mir gut. Was wurde dir denn angetan? Ja, unter anderem, wie gesagt, psychische Misshandlung, teilweise körperliche Misshandlung. Du wurdest angegriffen? Meinst du damit? Ich wurde mit dem Schlagstock angegriffen, mir wurde ein Zahn ausgeschlagen. Mit dem Schlagstock? Mit dem Schlagstock wurde ich angegriffen, mir wurde ein Zahn ausgeschlagen im Nachhinein von jemandem. Ich wurde mit Eiern beworfen, mein Grundstück, mein Haus wurde mit Eiern beworfen. Sachschäden sind entstanden, körperlicher Schaden ist entstanden, psychischer Schaden hätte entstehen können, wenn es mich interessieren würde. Also letzten Endes, mir geht es besser als denen wahrscheinlich. Das ist immer rein das große Geniestreich, dass er, er will ja, also er will ja beides haben. Er will Mitleid und Respekt, was auch schon eigentlich ein bisschen widersprüchlich ist, aber er will beides haben. Er will Mitleid und Respekt dafür haben, was er alles ertragen hat. Und deswegen zählt das immer auf. Ich wurde beworfen, ich habe, was sagt er immer noch, von der Waffe geschaut, ich wurde mit dem Schlagstock angegriffen, bla bla bla. Das macht er immer seine Aufzählung und das zielt natürlich darauf ab, guck mal, wie schlecht es mir geht. Jetzt hat man ein bisschen Mitleid. Aber auf der anderen Seite will er immer den starken Mann spielen und muss dann immer dazu erwähnen, aber das interessiert mich alles gar nicht. Das macht er jetzt ja hier auch gerade im Prinzip. Und ich finde, es wäre, also jetzt ist es eh schon zu spät, aber eigentlich wäre es doch effektiver, wenn er sich für eins von beidem entscheiden würde und das wäre auch glaubwürdiger. Wenn er da zumindest ein bisschen kohärent wäre in seinen Aussagen, weil man merkt es halt einfach, dass er sich nicht entscheiden kann und dass er beides will. Er will als der große, starke Mann gesehen werden, aber er will auch das Mitleid. Und wenn er halt sagt, das macht mir alles nichts, dann forderst du im Prinzip damit die Leute ja weiter heraus. dann sagst du ja so, ihr könnt mich gar nicht treffen. Versucht es doch. Versucht mal alles, was euch so einfällt. Ich bin der Fels in der Brandung und macht, was ihr wollt. Und wenn er einfach mal seinen falschen Stolz da ein bisschen runterschlucken könnte, ich glaube, dann würden sich schon viele Leute weniger herausgefordert fühlen. Weil ich mich die ganze Sache nicht an mich ranlasse. Dieser ganze Psychoterror, den die bei mir machen, der kommt an mich gar nicht ran. Ich brauche keine die Kanäle dafür nehmen. Weil ich habe doch auf dem Kanal hier schon mal das Dings gemacht, das ganz Neue, wann kam das raus, vor ein, zwei Monaten, wo er hier den Melter wieder hatte. Und dann wo er auch die Polizei angeschrien hat am Telefon und so. Und da hat er dann ja wieder richtig gejammert und hat gesagt, ja, keiner hilft mir, meine Familie hat mich verlassen und die Polizei hilft mir nicht und die Nachbarn helfen mir nicht und keiner hilft mir, kein Interessiertes, was ich hier ertragen muss. Also da würde man am liebsten, würde ich am liebsten einfach mal ihm das nochmal vorspielen in dem Moment. So. Dann sag doch nicht dauernd, dass es dich nicht interessiert. So. Und dann, wenn du, wenn bei dir dann doch das fast überläuft, dann fällt dir auf einmal doch wieder ein, dass es dir zu viel ist und dass du Hilfe willst. Aber dann sagst du auf der anderen Seite ständig, wenn du dich ein bisschen besser fühlst, das berührt mich alles gar nicht, das interessiert mich alles nicht. So. Das ist halt kontraproduktiv. Das geht komplett gegeneinander. Nee, ich brauche dafür keine Medikamente nehmen, ich brauche nichts dafür. Nicht beim Unterbewusstsein habe ich Probleme damit. Hätte ich im Unterbewusstsein Probleme damit, dann würde das sich auf verschiedenen Sachen in meinem Alltag ausäußern. Ja gut, also da muss ich dem Rainer jetzt schon mal recht geben, weil wenn es wirklich so wäre, dass es sein Unterbewusstsein in irgendeiner Form angreifen würde, dann würde sich das auch im Alltag äußern. Also dann wäre es zum Beispiel so, dass 90% von seinem Content über die Hater handeln würde. Oh, Moment mal. Zum Beispiel hätte ich Albträume, ich würde schlecht schlafen. Du hast nie Albträume? Nein, na doch, Albträume habe ich schon, aber nicht von Hatern oder sowas oder mit dem ganzen Zeug. Das heißt, du hast doch andere Probleme. Wenn man von dem T-Rex über das Grundstück gejagt wird, naja. Grunde von meinem prähistorischen Grundstück. Hat man einfach zu viel Jurassic Park gesehen, meiner Meinung nach. Ich habe keine Probleme. Das ist einfach schlicht und ergreifend ein Albtraum gewesen, weil ich einen Horrorfilm oder einen Film zu lange gesehen habe. Ich habe einmal alle 20 Jahre einen Albtraum vielleicht. Also ich habe in den letzten 20 Jahren vielleicht 5 Albträume gehabt. Wenn es hochkommt. Das ist doch eine schöne Sache. Also Albträume sind was Fieses, oder? Schon, ja. Also wie gesagt, ich habe keinerlei Probleme. Höchstens ein bisschen finanziell vielleicht, aber die haben wir ja alle irgendwo. Also mental oder sonst was geht es mir sehr gut. Körperlich, naja, nach meiner OP halt ein bisschen angeschlagen, aber das ist ja auch klar. Darüber hinaus habe ich keine Probleme. Ich habe eine schöne Freundin, ich habe einen guten Job. Seitdem ich hier die Sachen so ein bisschen bewusster gucke, ist mir eine Sache hier aufgefallen. Und zwar, man kriegt eigentlich wirklich sehr, also man kommt sehr leicht darauf, was die Sachen sind, die ihm wichtig sind und was dementsprechend auch seine Trigger sind. Weil hier zum Beispiel, das erwähnt er jetzt von ganz allein. Hört mal drauf, also welche zwei Sachen er jetzt erwähnt. Nach meiner OP halt ein bisschen angeschlagen, aber das ist ja auch klar. Darüber hinaus habe ich keine Probleme. Hab eine schöne Freundin, hab einen guten Job. Mit den zwei Sachen kommt er immer und zwar auch oft unaufgefordert. Punkt eins, und das ist meiner Meinung nach der größte Trigger bei ihm, Sexualität und Freundin und Liebesleben und so, das ist ihm ganz, ganz, ganz wichtig, dass Leute ihm das glauben und dass Leute ihn als jemand wahrnehmen, der da auch Chancen hat und eben auch seine Partnerin glücklich machen kann und so weiter und so fort. Das ist ihm so wichtig. Und man sieht es hier direkt schön in den Chat. Freundin, Freundin, lol. Und so weiter und so fort. Also das funktioniert als Trigger einfach immer wieder. Das ist deswegen auch der Klassiker, der halt immer wieder in Gesprächen mit ihm hervorgebracht wird, weil es ihm, es gibt, glaube ich, nichts, was ihm wichtiger ist, dass Leute es ihm glauben, als diese Nummer jedes Mal. Und selbst hier ungefragt bringt er das hervor. Und das Zweite, es ist wirklich, er serviert es hier einmal auf dem Goldtablett. Das Zweite, ich habe einen guten Job. Ich arbeite. Das, was ich mache, ist Arbeit. Das ist sein zweites großes Ding, was ihm ganz wichtig ist. Das hat ihm wahrscheinlich, also das sagen ja alle und da würde ich tendenziell zustimmen. Das hat ihm wahrscheinlich Rudi neigeprügelt. Du musst arbeiten, du musst einen guten Job machen. Wahrscheinlich, weil der schon gesehen hat, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der einfach gar nicht arbeiten wird, der Rainer. Und da hat er das immer wieder eingekloppt. So, Junge, du musst arbeiten. Und deswegen ist das ihm auch so, nicht ganz so wichtig wie die Sexualität, aber es ist ihm sehr, sehr wichtig. Ich arbeite und das, was ich mache, ist ein legitimer Job. Das muss ihm jeder glauben. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und deswegen gibt es da auch hier immer endlose Diskussionen zu. Also das sind so, machen wir eine Top 3 draus. Also Platz 1 Sexualität, Platz 2 Arbeit und Platz 3. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Spaß oder so, sondern das ist mir wirklich aufgefallen, seitdem ich hier die Sachen gucke. Platz 3 der Sachen, bei denen er den größten Rechtfertigungstrang hat, und die der größte Trigger für ihn aus irgendeinem Grund sind, ist das Kackduschen. Allein bei dem, ich glaube bei dem Polskabärchen war es, da hat er von allein angefangen, ihr zu erklären, dass das viel hygienischer ist und dass das nicht daran liegt, dass er sich nicht mehr den Arsch abwischen kann, sondern, dass das so eine tolle Sache ist. Und das macht er sehr oft, dass er Leuten erklärt, hat er das nicht letztens noch mal in einem Vlog gemacht, dass er dann gemeint hat, ja, ihr versteht das alle nicht, hier die viel kultivierteren Franzosen, die haben auch Bidets, und das ist einfach viel sinnvoller, ihr rafft das alle einfach nicht so, so Kackduschen ist super, ihr versteht es doch mal. Und da hat er so einen Rechtfertigungsdrang, deswegen, vielleicht vergesse ich auch gerade was, aber das ist so für mich die Trinität der Trigger für ihn. Das ist ihm ganz wichtig, dass die drei Sachen akzeptiert werden. Ich bin ein liebender Lebemann, ich arbeite viel, und ich kackdusche, und das sollt ihr alle wissen. Wo arbeitest du? Ich bin YouTuber, Junauer, ich lebe von dieser ganzen Geschichte hier. Ach, du lebst hiervon, das geht? Wenn man groß genug ist, und wenn man genug andere Möglichkeiten hat, ja. Also ich mache YouTube, mache ich Let's Plays, und habe früher auch Videos gemacht, da haben sie mich eben angefangen zu haten. Bin dann im Nachhinein auch auf Twitch und auf YouNow gewechselt. Mache mittlerweile noch Gameplays oder Videos, Let's Plays auf YouTube. Mache meine Streams hier auf YouNow. Bin ja Partner, habe auch den Abo-Button. Ich bin, ich kann auf Twitch streamen, da spenden auch ab und zu mal Leute, wenn ich was mache, wenn ich mal streame. Ich bekomme Geld durch YouTube, ich bekomme Geld durch Merchandise, ich habe eigene T-Shirt, ich habe eigenes Merchandise mit dem Also das ist alles schön, aber das ist ja alles gut und schön, aber wenn du... Bin auch ich, ist auch mein eigenes... Wie er einfach weiterredet, ich sage es nicht, jetzt geht es mal dazu, aber die, es ist schön, es ist schön, die Frames, die sind wirklich schön. Also mir ist gerade aufgefallen, hier der Bibelchannel unterbricht, der sagt, ja das ist ja alles schön, also um im Prinzip zu sagen, du brauchst jetzt nicht weiter aufzählen, aber er redet komplett unbeirrt weiter, als würde ihn gar nicht hören. eigenes Merchandise mit dem... Also das ist alles schön, aber das ist ja alles gut und schön, aber wenn... Bin auch ich, ist auch mein eigenes. Glaubt ihr, das liegt daran, dass er einfach so arrogant ist, dass er denkt, du hast mich nicht zu unterbrechen und ich rede jetzt einfach weiter, oder liegt es daran, dass sein Gehirn mit Reden so ausgelastet ist, dass der gar nicht checkt, dass da jemand jetzt ihn unterbrechen will, also an einem von den beiden Sachen muss es ja liegen, aber ich bin nicht sicher an welcher. Aber das ist doch kein richtiger Beruf. Dann sagt das dem Finanzamt und meinem Gewerbeschein, den ich habe. Aber ich bin der Meinung, das ist kein Beruf. Okay, warum nicht? Naja, weil so wie ich, ich weiß ja, dass man einfach seine Kamera anschließen kann und anfangen, aber ich weiß nicht, ich würde das nicht als Beruf, sondern als Freizeit sehen, weil für einen Beruf, da muss man ja dann wirklich, wirklich was dafür tun und vorher auch eine Ausbildung oder sonst was dafür gemacht haben. Weißt du? Dann lass mich mal kurz, nee, für eine Ausbildung brauchst du für einen Beruf nicht. Ich habe auch vorher schon ganz normale andere Sachen gearbeitet. Ja, für... Okay, warte kurz. Lass mich mal einen Beruf erläutern. Ja, also was ist die Definition von Beruf? Gibt es einen schlimmeren Satz, als wenn man von Rainer Winkler hört, okay, lass mich erläutern, der schon die Hände in seinen Kopf legt. Ui, ui, ui. Man verdient sein Geld damit, man kann davon leben und man geht zur Arbeit. So, zur Arbeit gehe ich nicht, weil ich von zu Hause aus arbeite, außer man berechnet den Weg vom Bett zum Arbeitsplatz. Aber da, glaube ich, ist doch der Punkt, den du übersiehst, weil ab da ist es doch keine Arbeit mehr, wenn du vom Bett dahin gehst, weil Arbeit hängt doch immer zusammen mit, ich stehe jetzt auf zur bestimmten Uhrzeit. Ich gehe da jetzt hin, ich mache meinen Teil, ich fühle meinen Teil zur Bürgerschaft hinzu. Ich helfe den Leuten dadurch, dass ich meinen Beruf vorführe. Ja, aber das ist doch... Ich zahle Steuern für meine Arbeit. Hat er nicht vor Gericht gesagt, dass er die Steuern, dass er die eben nicht zahlt, sondern dass die über die USA abgehen? Ähm, ich... Ja, wie gesagt, ich gehe von meinem Bett zu meinem Arbeitsplatz, wenn ich dann arbeite, aber ich stehe zu bestimmten Zeiten auf, das stimmt auch. Ich kann es dir zeigen. Ich habe einen Wecker auf meinem Handy, der klingelt jeden Tag seit... Ja, bei mir auch. Ich habe zwei Wecker, einen für morgens und einen für... Einer fängt um acht, einer um zehn... Wir wieder einfach über ihn drüber labern. Einer um 20 Uhr. Warum auch immer der auf 20 Uhr steht. Okay. Naja, das ändert ja nichts. Wenn du um acht aufstehst, ändert es ja nichts daran, dass das eher Freizeit ist, weißt du? Also ich finde, das hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese Gespräche üblicherweise laufen, wenn es um Rainer und Arbeit geht, weil das wird ja ihm oft gesagt, das, was du machst, ist keine richtige Arbeit. Und ich habe immer das Gefühl, das läuft dann so ein bisschen zweigleisig ab, das Gespräch, weil also die Leute reden so ein bisschen aneinander vorbei. Wenn der... Also er, der Bibelchannel, der will jetzt im Prinzip sagen, das, was du machst, das ist... Er hat ja vorhin selbst da noch die Formulierung reingebracht, etwas zur Bürgerschaft hinzufügen. Also was er damit halt meint, ist, dass man etwas leistet, was entweder einem selbst was bringt, also dass man sich selbst ernähren kann und sich selbst finanzieren kann oder in den meisten Fällen in der Dienstleistungsgesellschaft, dass man irgendwie den anderen Leuten was bringt. Dass man seine Körperkraft oder seine Geisteskraft oder beides darauf anwendet, dass man entweder etwas produziert oder etwas leistet, was dann, wovon dann andere was haben, also was wirklich, wo was von Wert dabei entsteht. Und ich finde, wenn gesagt wird, weil mit dem Begriff Arbeit, da assoziiert man ja halt mit, dass das wirklich, ja, also dass man etwas leistet und dass dabei auch etwas vernünftiges bei rumkommt. Und das ist so ein Prinzip, was damit gesagt werden soll. Das, was du machst, das ist nicht sinnvoll, das bringt niemandem wirklich was und es ist minderwertig. Das finde ich, ist so die eine Seite des Gesprächs und die andere Seite ist halt der Reiner, der dann so ein bisschen sich versucht, in die Semantik zurückzuziehen und dann immer anfängt von wegen, also der Reiner, der versucht es dann möglichst abstrakt zu machen, immer so gefühlt, der nimmt dann diesen Begriff Arbeit und versucht den so lang rum zu verbiegen und aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten, bis es irgendwann so weit ist, dass er sagen kann, okay, und wenn man es genau aus diesem Winkel betrachtet, dann passe ich auch unter dem Begriff Arbeit so. Wenn man guckt, Arbeit ist, ich stehe auf zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich stecke da so und so viel Zeit rein und was auch immer. er sich dann für komische Regeln ausdenkt, das macht er halt und ich finde, da merkt man halt so, die eine Seite redet im Prinzip von Qualität und von Sinnhaftigkeit und davon, was man für Fähigkeiten braucht, um bestimmte Arbeiten zu erfüllen und der Reiner, der versucht sich nur krampfhaft dann irgendwie an sprachlichen Sachen festzuhalten und dann irgendwelche Begriffen festzuhalten und da irgendwie mit reinzurutschen und wenn es ganz akut wird, dann versucht er noch andere irgendwie Let's Player, das kennt man auch alles, dann mit reinzuziehen und dann kann er halt sagen, ja, aber die machen das doch auch und dann versucht er sich da dran irgendwie festzuhalten. Aber er argumentiert eigentlich sehr selten wirklich mit der Qualität von seinem eigenen Content. Also er versucht sich da irgendwie in diesen Deckmantel der Arbeit hinein zu zwängen und sich somit ja auch ein bisschen mit anderen Leuten, die wirklich arbeiten, gleichzustellen. also er versucht es nicht, er versucht nicht seine, das was er macht, zu rechtfertigen, in dem Sinne, dass er sagt, das was ich mache, ist aber etwas, was Leuten was bringt und was mir was bringt und was sinnvoll ist und was gut ist von der Qualität her, sondern er versucht jetzt nur irgendwie über zehn Ecken zu argumentieren, ja, das ist halt Arbeit, weil ich damit viel Zeit verbringe und ich mache das ja auch jeden Tag und so weiter und so fort. Und ich finde, da laufen die Gespräche immer so ein bisschen aneinander vorbei. Also wenn ich jetzt rein hypothetisch mal dem Reiner, das kann ich nicht genug betonen, rein hypothetisch dem Reiner zugestehen würde oder ihm sagen würde, ja gut, dann ist es was, du machst halt Arbeit, dann müsste ich aber im selben Atemzug praktisch dazu sagen, wenn man das, was du machst, Arbeit nennen will, dann ist es wirklich die minderwertigste, sinnloseste und am schlechtesten hingezimmerte Arbeit, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe und ich glaube, das ist nicht mal eine Übertreibung, weil, zeig mir mal irgendeinen anderen Job, bei dem so wenig herumkommt, bei dem so wenig Qualität abgeliefert wird, bei dem so wenig Verantwortung, übernommen wird, bei dem so wenig Zeitpläne eingehalten werden, bei dem so wenig einfach etwas handfestes bei rumkommt. Das ist keine Freizeit, ich stehe auf, ich setze mich an den Computer, dann fange ich an, meine Videospiele aufzunehmen, meine Let's Plays, aber das ist doch, also es tut mir leid, aber Videospiele aufnehmen, das ist doch kein Beruf. Also da kannst du mir nichts erzählen. German Let's Play, ungespielt, Diener, Dr. Freud, das sind jetzt die einzigen, die mir einfallen, Gronkh, Iblali, wobei Iblali, naja gut, Alligator 1024 ist ein damaliger Account, das sind alles Leute, das sind alles Leute, die mit Videos, die mir Geld verdienen, das ist alles für die im Beruf. Gronkh ist einer, ist der größte YouTuber Deutschlands, oder war es zumindest ewig. Und das ist seit, weiß nicht, weiß jemand im Chat zufällig, weiß jemand, wie lange Gronkh schon Let's Play macht? Ist doch auch nicht so wichtig. Also da müsste man jetzt mit ihm reden, wie mit einem Siebenjährigen oder so, müsste sagen, Rainer, du bist aber nicht der Gronkh. Was ist Let's Play? Ist Let's Play, ist... Das sind Videospiele, die ich aufnehme, ich fange ein Spiel an, ganz normal, wie ich auch so zu Hause einfach am Zocken bin, und ich zocke das Spiel halt durch, dann kommentiere ich es mit meinem Mikro, und erkläre halt, wo ich hinlatsche, was ich mache, und da halt die Leute ein bisschen dabei. Das ist genauso wie Fernsehen, das ist genau wie früher, die Leute einfach sich vor den Fernseher gesetzt haben. Fernsehen ist auch ein Beruf. Aber wenn man dich filmt dabei, wie du fernsehst, da kannst du mir nicht erzählen, dass das eine Berufung ist. Mache ich auch, ich spiele ja. Ich hocke mich ja nicht vor den Fernseher und filme mich dabei. Man sieht ja auch nicht mich, man sieht das Spiel. Nee, man sieht ja nicht mich, man sieht ja das Spiel. Weißt du? Das ist ja noch viel schlimmer. Da machst du ja noch viel weniger. Du machst ja dann noch viel weniger. Nicht schlimm, jedem das seine, aber ich möchte behaupten, dass das dann kein Beruf ist. Okay, pass auf. Du machst noch viel weniger, als ich denke. Es gibt Spiele, wo es irgendwel... Ich kaufe mir ein neues Spiel, und es kommt ein Buch raus, wo die Lösungen für die verschiedenen Rätsel stehen. Derjenige, wo das Buch schreibt, das ist der Beruf von dem. Und ich mache nichts anderes. Der Unterschied ist nur... Hier das jetzt mit dem... Also er sagt ja im Prinzip, das, was ich mache, kann man als ein Guide verwenden oder als eine Lösung. Das kann man halt ziemlich... Also das kann man relativ leicht entkräften. Erstens spielt der Rainer immer auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad oder fast immer. Und er spielt auch nie auf 100%. Und er spielt auch nicht nachvollziehbar, sondern er spielt dann 100 Mal dieselbe Stelle und läuft im Kreis und so. Und deswegen ist das als ein... Als so ein Guide oder so ein Ding, was man halt, wo man Sachen nachgucken kann, auf YouTube vollkommen nutzlos. Plus die Parts sind ja auch... Also es sind ja so Riesenparts. Wenn ich jetzt... Um mal hier zum Beispiel Sekiro zu nehmen, weil das hatte ich ja hier auf dem Kanal auch schon. Wenn ich da jetzt zum Beispiel gucken will, wo kriege ich Item XY oder wie mache ich irgendeinen Boss oder so, dann finde ich inzwischen meistens auf YouTube so einzelne Videos. Da muss ich nicht ein Playthrough, ein Durchspielen mir komplett angucken, sondern da gibt es wirklich so schöne handliche Erklärungsvideos, die ein paar Minuten gehen, wo mir jemand das aufbereitet und mir das Schritt für Schritt zeigt und so. Also selbst wenn man jetzt hier bei diesem... Also er kratzt ja wirklich gerade aus dem Mülleimer noch die letzten Argumente hervor, die er irgendwie sich zusammenrendern kann. Aber selbst wenn man da mal mitgehen würde, macht das halt von vorne und hinten keinen Sinn. Nur, dass ich es in Form von einem Video mache und den Leuten zeige, wo ich was wie finde. Und genau das ist das... Aber, aber... Da ist doch noch ein Unterschied, ein Buch zu schreiben und das zu verkaufen oder sich vor den PC zu setzen und das aufzunehmen und zu reden. Ähm... Schaust du Fernsehen, Filme, irgendwas? Ab und zu Bibel-TV sonst gar nichts. So, die Leute... Mit was für einer Ernsthaftigkeit, der das gesagt hat. Leute, die sich vor die Kamera setzen und das aufnehmen, ne? Also die, wo dann quasi, äh... die, wo es du anschaust. Ist das ein Beruf für die? Ähm... Nochmal bitte. Die, die mir anschaue, die sind... Ja. Und die, wo im Fernsehen sind, die, wo es du siehst. Ist das ein Beruf für die? Ja, natürlich ist das ein Beruf für die. Die gehen in Studio. Die nehmen, das ist nicht da. Die gehen, wo... Das Studio habe ich zu Hause. Das Studio habe ich zu Hause. Du hast zu Hause ein eigenes Studio? Das da ist eine Softbox. Da ist eine zweite, die ist gerade nicht an. Da drüben ist ein Greenscreen. Ja, ich habe ein Studio zu Hause. Ich habe ein hochgradiges, äh... Mikrofon, ja? Rainer, ich habe hier auch einen Hammer liegen und ein paar Werkzeuge, aber ich bin trotzdem kein Handwerker. Ähm... Ja, ich habe ein Studio zu Hause. Das ist nichts anderes, wie das, was die im Fernsehen machen. Ist ja okay. Doch, weil die Zeitpläne haben und weil die sich, äh... Weil die eingebunden sind da, weil die ein Programm haben und, äh... Weil die auch abliefern müssen und so. Und die sind, äh... In eine größere... Ja, in eine größere Institution sozusagen mit eingebunden und sind dafür verantwortlich, dass sie abliefern müssen. Und, ähm, dass das auch sehenswert ist. Also, da gucken auch mehrere Leute drauf. Du bist alleine in deinem komischen Homeoffice und, äh, wenn du einfach wieder eins von deinen grottigen Let's Plays machst, wo du einfach gar nichts sagst, einen Part lang, dann, ähm, interessiert das halt auch keinen. Deswegen ist das nicht vergleichbar. Ich möchte aufregen. Ich seh schon, dass das... Das geht ein bisschen. Das regt mich nicht auf. Das ist einfach, ähm... Es ist einfach eine Tatsache. Es gibt Leute... Ich gehöre nicht zu den großen YouTubern, was Let's Plays und so weiter angeht. Schon gar nicht. Aber Gronkh, Alplali und so weiter, die sind alles ganz, ganz große YouTuber. Die haben... Gronkh hat... Was hat denn der aktuell? 5, 6 Millionen Abonnenten. Es sind 5, 6 Millionen Leute, die jeden Tag seine Videos schauen. Der haut jeden Tag zwischen 2 und 5 Videos rein. Was hat das gerade mit irgendwas zu tun? Auch. Es ist... Da auch wieder, äh, Bibel Channel ganz demonstrativ jetzt gehend, weil es ist jetzt... Rainer, es ist doch jetzt mal gut. Ein ganz normaler Beruf für ihn und er kann davon leben. Er kriegt von... Es ist sogar so weit ein Beruf, dass er von den Leuten, die die Videospiele entwickeln, die Spiele zugeschickt bekommt, sogar noch bevor sie veröffentlicht werden, bevor man sie im Laden kaufen kann, nur um dann einen Tag, sobald es dann online kommt, also sobald das Spiel dann zum Kaufen im Laden steht oder sogar einen Tag vorher, werden dann diese Videospiele, äh, schon als Video im Internet stehen, dass man sie anschauen kann, damit Werbung gemacht... Aber dir schickt kein Hersteller oder kein, äh, Publisher irgendwas... ...wird, damit die Leute sich das kaufen können. Ich werde bezahlt dafür, dass die Leute die Werbung machen können. Das ist im... Nein, dir schickt doch gar kein Publisher irgendwas. Das ist auch so ein Ding am Drachengame, ähm... Also er versucht es jetzt ja so darzustellen, als hätte er irgendwelche Werbedeals oder so, mit irgendwelchen Leuten und er wird dann dafür bezahlt, Werbung zu machen. Ähm... Also was so... Das muss man sich ja eigentlich auch mal überlegen. Äh, dafür das Drachenlord, das kennt ja, das kennen ja wirklich viele Leute in Deutschland. Auch Leute, die jetzt nicht so in der Materie drin sind. Ähm... Aber dafür ist es halt trotzdem komplett verbrannte Erde. Das... Da traut sich, zumindest ist das mein Eindruck bisher, und ich hätte noch nichts gesehen, was da den, äh, irgendwie das Gegenteil beweisen würde. Da... Da traut sich halt kein, ähm... Hersteller oder kein, auch niemand, der irgendwie mit Marketing zu tun hat, will das auch nur, äh, mit einer Kneifzange anfassen. Weil, äh, das Drachengain, die, dieses Ganze, alles, was um den Rhein herum passiert, das ist viel zu unvorhersehbar und zu chaotisch und, ähm, und zu unberechenbar. Äh, deswegen, aus einer Marketing-Sicht, ist das, glaube ich, eine Katastrophe, weil man hat so einen großen, ähm, äh, große Gefahr, dass, dass sich da irgendwie ein Shitstorm ergibt. Ähm, also, hier zum Beispiel der Kevin Wolter, das ist für mich so der, der da am nächsten dran kommt. Das ist ja so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abos er hat, aber so von dem Stil von Videos, die er macht, ist der ja eher auf Mainstream gepolt. So, sehr professionell und alles. Und bei dem hatte ich den Eindruck, der hatte keine Ahnung, wer Rainer ist. Und das hat ihn auch alles nicht interessiert, sondern der hat gedacht, oder einer von seinen Assistenten hat das wahrscheinlich ihm vorgeschlagen, hat es rausgesucht und hat gesagt, guck mal, ähm, hier Drachenlord, das ist ein, ähm, das ist ein Name, der, der bringt sehr viele Klicks und dann mach mal ein Interview mit dem und dann ist wieder Feierabend, so. Und, ähm, man hat dann ja gesehen, was da draus geworden ist. Der Kevin Wolter hat einen riesen Shitstorm bekommen und, äh, ich, also ich finde zumindest, man hat ihm angemerkt, der hatte keine Ahnung, wo er da reingeschlittert ist und der wollte dann auch nur noch aus dieser Sache irgendwie rauskommen. Und, äh, so stelle ich mir das halt mit allen Publishern und mit allen, also allen, allen Firmen und professionellen, äh, Marken und, äh, also professionellen Marken von Marken und irgendwie allem, was im professionellen Bereich ist, äh, so stelle ich mir das halt vor, dass die, äh, du kannst halt, obwohl der Name Drachenlord so bekannt ist, kannst du halt nichts damit anfangen. Im Prinzip nichts anderes wie Fernsehen. Mit Aufregung, kriegst du, wie viel Geld kriegst du dafür? Äh, da dürfen wir nicht drüber reden, das ist aber ganz normal, wie du das Arbeiten gehst auch, du darfst ja auch nicht über deinen Verdienst reden, normalerweise, das ist aber auch von Firma. Man darf doch darüber reden, wie viel man verdient. Das ist von Firma zu Firma und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, soweit ich weiß. Ich glaube, das stimmt nicht. Bei uns in Bayern darf man... Ich glaube, das stimmt nicht. Klassischer Rainer mal wieder, äh, ja, nee, man darf nicht über sein Gehalt reden und dann, nee, glaube ich dir nicht. Äh, also man, man darf in bestimmten Firmen nicht über sein Gehalt reden. Nee, das stimmt auch nicht, Rainer. Äh, in Bayern, in Bayern darf man nicht über sein Gehalt reden. jetzt wie er wieder zurückrudert, äh, das ist, äh, ja, ist halt wieder die klassische Taktik und vor allem, ich finde es immer geil, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn er so über Bayern oder vor allem über Franken redet, also das ist natürlich ein Bundesland, was so ein bisschen seine eigenen Sachen hat und sein eigenes Süppchen kocht, aber ich glaube, der hat manchmal das Gefühl, dass das komplett isoliert vom Rest von Deutschland ist und dass nichts, äh, was so für Deutschland gilt, dann auch für Bayern gilt. Der hat auch mal, das ist einer meiner absoluten Lieblingsdrachenlord-Zitate, ähm, der hat mal gemeint, äh, da hat der Spyro, The Dragon gespielt, dieses alte Playstation 1 Spiel, äh, und da hat er gesagt, ähm, ja, äh, dieses Spiel, ich weiß gar nicht, ob das in ganz Deutschland rauskam oder nur bei uns in Franken. Ja, Rainer, da hat sich ein Entwicklerteam von sonst wie vielen Leuten über ein Jahr lang hingesetzt, hat das programmiert, hat das, äh, übersetzt, hat das gepresst, hat das in den Vertrieb gegeben, damit sie es nur in Franken rausbringen. Bei uns in Bayern darfst du es nicht, zumindest, oder zumindest durfte man es nicht in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass du das nicht mit deinen Arbeitskollegen bequatscht, dass du merkst, oh, der verdient dann Zehner mehr in der Stunde als ich, also gehe ich auch zum Chef und wir haben Zehner mehr. Das ist ganz normal. Davon abgesehen, redet man nicht über Geld. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum redet man nicht über Geld? Das ist so, und das ist wahrscheinlich auch vom Rudi, ist halt so ein Axiom für ihn. Also das ist etwas, das ist einfach so und das muss man nicht begründen. Also das ist, da braucht man keine Herleitung für, sondern man redet einfach nicht über Geld. Aber darüber, was man, äh, hier, der Rainer, was der so, äh, an KV und NS und diese ganze, dieses ganze Zeug, äh, darüber redet man. Darüber kann man offen reden, weil das ist ja nur, dass ich meine Freiheit genieße und so, aber über Geld, das ist schmutzig, da reden wir nicht drüber. Weil das total unfair ist und man soll nicht unfair sein. Man soll sein nächstes lieben. Ich kann dir, ja schon, aber da hält sich keiner dran, das ist ja das Dumme dran. Ähm, ich kann dir so viel sagen, dass es mir reicht, zum Überleben und zum Leben. Mittlerweile auch zum Leben. Anfangs hat es nur zum Überleben gereicht, das heißt, meine Sachen zu zahlen, Steuern zu zahlen, meine, mein Essen zu zahlen, mein Strom zu zahlen, wobei es mit Strom noch Probleme gab, aber das wissen die Zuschauer besser, ähm, und so weiter und so fort. Und, äh, ich habe mir das Ganze erarbeitet. Ja, ähm, ich habe, ja, aber ehrlich gesagt, das möchte ich nicht unterbrechen, aber, erarbeite, ich, es tut mir wirklich leid, aber sich, sich aufzustehen, sich auf die Couch zu setzen und dann Computerspiele zu spielen, ist doch keine Arbeit. Ähm, dann spielst du mal ein Spiel von vorne nach hinten durch, nimmst es auf und erhältst die Leute dabei, kommentierst du mal an die Scherze. Nee, machst Scherze dabei und das machst du dann mal einen Tag lang ein ganzes Spiel. Das machen Leute in ihrer Freizeit und das machen sie besser als du. Du machst ja, also wenn du mal einen Scherz machst, dann ist das ein totaler Rohrkrepierer. Das Einzige, was an dir witzig ist, ist halt das, was du, äh, unabsichtlich machst. Äh. Bist du an einem Tag bei über 12, 15 Stunden, je nachdem, was du für ein Spiel aufnimmst. Und dann musst du diese ganzen Spiele auch noch am Computer... Weil wenn man sich ein Spiel kauft, dann spielt man das doch durch, sowieso, oder? Ja, und ich nehm's eben auf dabei. Ähm, die Sache ist die... Aber wo ist dann da die Arbeit? Viele unterschätzen die Arbeit, die da drinnen steckt. Wenn ich einen Part, ja, ein Part von meinen Let's Plays, sind 22 Minuten, die du dir anschauen kannst. Ein Part. Dieser ganze Part dauert die 22 Minuten, die ich Aufnahmezeit brauche. Dann muss ich sie auf meinem Computer bearbeiten und rendern. Was dann auch noch mal eine Arbeitszeit von... Naja, das Bearbeiten kommt auf das, auf das Videospiel an. Das dauert zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Das kommt aufs Videospiel an. Ne, das stimmt nicht. Also, das ist Schwachsinn. Wenn du einen 20 Minuten, vor allem Let's Plays, sind ja eine der Videoformen, bei denen man am wenigsten, äh, editieren muss und schneiden muss und so. Da macht man höchstens eine Intro dran, ein Outro, äh, macht man dran. Und selbst das ist kein Zwang und, äh, der Rest, ja, also, ähm, wo, wo willst du denn deine Stunde hernehmen? Das, äh, das ist einfach, das ist gelogen. Du brauchst maximal für ein Let's Play, um das zu schneiden, zwei, drei Minuten. Und das Rendern dauert dann noch mal zwei Stunden, ne? Und rendern ist keine Arbeit. Also, für die Leute, die es nicht wissen, rendern ist, wenn der Computer ein Video... Also, wenn ihr bei, bei eurem Schneideprogramm dann auf Exportieren oder so klickt und dann, äh, geht der schöne grüne Balken, langsam wird der voll und das ist Rendern. Da musst du nichts machen, das ist keine Arbeit. Dann, ähm, muss ich es auf YouTube hochladen, das dauert dann auch... Das ist auch keine Arbeit, passiert auch von selbst. ... auch noch mal zwei, drei Stunden und das Ganze, der ganze Prozess läuft bei mir jeden Tag. Und das... Jeden Tag? Früh, wenn ich aufstehe, dann mache ich das so, oder... Früh um zehn. Was für ein Eifer er hat diese Sachen jetzt? Also, das meinte ich halt, mit was für einem Eifer er jetzt seine Arbeit in Anführungszeichen verteidigt, wenn er auch nur zehn Prozent davon in seine Arbeit immer noch in Anführungszeichen reinstecken würde, dann müsste er sich auch nicht so dafür rechtfertigen. Aber wenn es darum geht, zu erklären, warum das so ganz toll ist und warum das Arbeit ist, da hat er anscheinend endlos Energie. Es geht immer weiter. Meine Videos neu hochgeladen werden. Meistens läuft mein Computer über Nacht und lädt sie hoch. Mein Programm am Laptop, weil ich habe zwei Computer, mein Laptop und meinen Rechner. Mein Laptop arbeitet nebenher und bearbeitet... Ich glaube dir, dass das... dass das... dass du... Das ist Arbeit. Da kannst du... Ja, ich glaube dir, dass das... Ich glaube es dir. Er wollte erst sagen, ich glaube dir, dass das für dich Arbeit ist, aber er hat keinen Bock jetzt die nächste Runde zu hören und sagt dann lieber, ja, ich glaube es dir. nebenher und bearbeite... Ich glaube dir, dass das... dass das... dass du... Da kannst du auch... Ja, ich glaube dir, dass das... Ich glaube es dir. Ja, das ist jetzt gern wie... Hast du... Hast du... Ja, aber ich meine es ernst. Die Leute haben mich wirklich oft gefragt, ob ich mit dir über deine Probleme... Ich... Es ist wirklich nicht... Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich weiß nicht. Es rufen eine Menge Leute an. Das ist wirklich für mich so die bezeichnendste Stelle in diesem ganzen Video. Dass der... Dass er auch wirklich nicht mehr kann. Das meinte ich. Stellt euch mal vor, er wohnt mit dem Rainer zusammen. Selbst... Also diese 23 Minuten, die dieses Gespräch schon... Jetzt läuft der... Hier der Bibel Channel. Das war jetzt auch nicht in seiner Rolle. Das merkt man einfach. Das war, was er wirklich empfunden hat. Einfach bitte, hör auf zu reden. Ich ertrage es nicht mehr. Es dreht sich im Kreis und es dreht sich im Kreis. Man wird wahnsinnig. Und er... Er kann einfach nicht mehr. Er greift sich ins Gesicht. Man sieht die pure Verzweiflung. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir doch. Bitte halt das Maul jetzt. Hast du... Hast du... Ja, aber ich... Ich meine es ernst. Die Leute haben mich wirklich oft gefragt, ob ich mit dir über deine Probleme... Ich... Es ist wirklich nicht... Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich weiß nicht. Es rufen eine Menge Leute an. Wie empört Reinhard dann auch nach dem Kopf schüttelt. So... Ja, der lässt mich nicht mal ausreden. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ich weiß nicht. Es rufen eine Menge Leute an, die mir Quatsch erzählen wollen. Aber es sind... Ich konnte mich hier noch nicht mal richtig mein tolles Argument äußern. Der unterbricht mich hier einfach. Ungefähr genauso viele Leute, die mir keinen Quatsch erzählen wollen. Weißt du? Und das macht mich einfach glücklich. Und deswegen mache ich auch weiter. Also... Das ist ja auch in Ordnung. Ich will dich ja nicht davon abhalten. Im Gegenteil. Aber du solltest dir darüber im Klaren sein, dass es wirklich sehr... Pass auf, ja. Ich bin der Letzte, der dir sagt, hör auf damit. Weil im Gegenteil. Mir hat jeder gesagt, hör auf damit. Und ich habe trotzdem weiter gemacht. Das Problem ist nur... Man muss einfach weitermachen. Immer weitermachen. Nein. Das Problem ist, ich weiß, was auf dich zukommt. Und ich weiß, was auf dich zukommen kann. Wie gesagt, von körperlichen über psychische Misshandlungen oder andere... Ich wäre doch, warum sollte ich hier verprügelt werden? Warum sollte ich es? Hast du jetzt gedacht, es geht um dich oder was? Es geht um mich. Warum sollte ich verprügelt werden? Ich weiß nicht. Wird man einfach so verprügelt? Das sind einfach Leute, das sind einfach Leute, denen passt nicht, was ich mache. Sie haben dich gesehen und dann sind sie zu dir... Oder haben sie dich gesehen? Die sind zu mir nach Hause gefahren, haben hier die ganze Zeit Stress gemacht, bis ich dann vor das Tor gegangen bin und sehr wegjagen wollte. Der packt einen Schlagstock aus und schlägt mich und geht auf mich los. Oh. Warst du im Krankenhaus? Nee. Ich bin über 190 groß und ich halte ganz schön was aus. Ich hätte ihn noch schon zerlegen können, wenn ich gewollt hätte, aber... Oh, das ist ein gutes Stichwort. Sekunde. Moment. Mir hat jemand... Also mir hat ein Gumbel geschrieben. Ich gebe es jetzt einfach mal so weiter. Also das ist etwas... Davon habe ich keine Ahnung. Aber ich gebe es jetzt einfach mal so weiter zum Thema Größe von Rainer. Er hat mir geschrieben, beim iPhone 12 Pro und beim iPhone 13 Pro, falls es jemand von euch hat und mal zufällig an der Chance ist, da gibt es eine Funktion, die heißt LIDAR-Sensor. Also L-I-D-A-R-Sensor. Und damit soll man relativ präzise die Größe von Dingen messen können. Es soll jetzt keine Apple-Werbung sein oder so, aber falls zufällig einer von euch so ein Handy schon hat und man an der Chance ist, könnt ihr ja mal probieren, diese Funktion einfach und mal gucken, ob was da rauskommt. Aber das habe ich nicht gemacht. Man zerlegt niemanden. So etwas macht man nicht. Wenn mich jemand angreift, verteidige ich mich. Verteidigung ist okay, aber... Ich halte auch nicht die andere Wange hin. Das mache ich nicht, weil das sehe ich nicht ein. Wenn mir jemand körperlich Schaden zufügt, dann verteidige ich mich. Ich haue ihn nicht zusammen, dass er knabenlos am Boden liegt oder ich haue ihn auch nicht aus eigener Intention, sondern ich verteidige mich. Also du verprügelst gerne Leute dann auch? Ich sagte, ich verteidige mich. Ich prügele keine Leute zusammen. Ich prügele die nur zusammen, wenn sie mich vorher angegriffen haben. Ich kenne die Rolle vom Bibelbähner nicht so gut, aber ich finde es geil, wie er... Ist das so ein Huf von ihm, dass er so den Kopf in die Hände legt? Das gefällt mir gerade sehr gut. Ich verteidige mich. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht möglich. Okay, und wie oft wurdest du angegriffen? Und wie fühlt man sich, wenn man danach... Es interessiert mich immer, wie die Leute sich fühlen. Wie fühlst du dich, wenn du angegriffen wurdest? Gar nicht. Also alleine, wenn du das... Mich interessiert das nicht. Aber das ist doch an einem bestimmten Punkt, wo es dir wehtut und wo du sie Schaden hinterlassen haben, müsstest du dir doch wehtun irgendwo. Also auch seelisch. Du hast ja auch gesagt, sie haben dir psychischen Schaden zugefügt. Wie hat sich das denn bei dir... Das ist die bessere Aussage. Sie wollten. Also sie haben... Du hast doch bis hierher... Ich habe den Begriff verwendet, ja. Aber im Prinzip ist es so, sie wollten mir das zufügen. Sie haben irgendwas gemacht, bei dem sie meinten, dass es mir seelischen Schaden oder psychischen Schaden zufügt. Aber mich interessiert es nicht. Ich habe das... Ich mache das Ganze seit fünf Jahren trotz Leuten, die versuchen mich... Sich mich... Also dass ich die kennenlerne, dass man sich anfreundet und mich dann hinterher verraten. Und genau das ist der Scherz dran. Es geht mir hinterher am Arsch vorbei. Das interessiert mich nicht. Wenn es mich interessieren würde, dann hätte ich mich schon lange von der... Ja gut, Rainer. Dann brauchst du dich ja nicht mehr zu beschweren. Und irgendwelche Wutanfälle zu bekommen und dich darüber zu beschweren, dass die Nachbarn, die Polizei und sonst wer dir nicht helfen. So. Du kannst es ja gut ab. Geh gestützt. Bei dem, was abgegangen ist, hätte ich mich schon lange längst umbringen können. Habe ich aber nie getan. Habe ich auch nie in Erwägung gezogen. Weil das, was andere Menschen machen, ihr Bier ist. Ja, ich finde auch, man darf sich durch sowas nicht unterkriegen lassen. Das ist ganz wichtig. Man darf das nicht an sich reinlassen. Nee, du träumst nicht, Bio. Ja, also, mir geht es aus dem Arsch vorbei. Aber ich glaube nicht, dass es großen Menschen gibt, an dem das vorbeigehen würde. Weil, wie gesagt, ich mache das jetzt das Ganze nicht seit gestern, nicht seit vorgestern, sondern ich mache das wirklich seit vielen, vielen Jahren mit. Und ich weiß eben aus Erfahrung und auch aus Kenntnissen, die ich halt habe, weil ich halt auch ab und zu mal mit anderen YouTubern oder mit anderen Leuten, mit anderen größeren Leuten unterhalte. Also größeren Leuten. Ja, ja, Rainer, du immer deine YouTube-Kollegen. Mit wem hast du dich da wieder unterhalten? Hat die Marion jetzt einen YouTube-Channel oder was? In Sinne von Zuschauergrößen. Dass es halt wirklich da Leute gibt, die das ja dann mal ansatzweise durchhalten, wenn sie bloß die Hälfte von dem ganzen Stress haben oder bloß ein Viertel davon. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt trotz dieser ganzen Scheiße, die bei mir abgeht, nie aufgehört habe. Ich habe zum Beispiel... Aber wenn es so weit geht, dass du angegriffen wirst, musst du doch ab einem bestimmten Punkt realisiert haben. Das ist nichts mehr für mich. Ich werde hier angegriffen. Mir wird hier wehgetan. Und da ist der Punkt, wenn du nicht mal an Gott glaubst, dann sieht man da halt irgendwie schlechten Ausweg ist, sei denn, man hört auf mit sowas. Na gut, da du Gott wieder ansprichst. Tatsächlich hat mir das nichts mit Gott zu tun. Im Gegenteil. Dadurch, dass ich nicht an Götter glaube, ist es für mich... Das ist ja deine Entscheidung, in die Hölle weist. Genau. Aber es ist für mich daher auch eine bessere Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es keine Götter gibt. Oder, wie gesagt, nach meiner Meinung, keine Götter gibt. Einfach deswegen, weil ich für mein Handeln selbstverantwortlich bin und so handeln kann, wie ich es für richtig halte. Nicht dadurch, dass ich in die Hölle komme oder dadurch, dass ich in den Himmel komme, mich beeinflussen lasse, sondern einfach mein Leben so führe, wie ich es führen möchte. Und nicht nur eine göttliche oder dämonische Anstrafe oder Androhung von Strafe. Jeder darf sein Leben leben, wie er will. Jeder darf an irgendwas anderes glauben. Jeder darf schwul sein. Jeder darf lesbisch sein. Das ist alles okay. Eigene Entscheidung. Aber Konsequenzen sind halt am Ende so. Weißt du? Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich eben... Ich will bloß sagen, nichts gegen euch. Wie oft kann ich das noch sagen? Es tut mir leid für alle, die sich jetzt angegriffen fühlen. Ich meine das nicht so. Es steht da einfach so. Es ist einfach in dem Glauben. So wisst ihr? Ja, hier, Rainer. Ähm, was? Und jetzt habe ich Angst vor nichts. Hallo? Jetzt habe ich aber... Hallo? Warte. Ja? Ich lese gerade den Kommentar da. Jetzt ist er weg. Egal. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich sehe das auch so. Jeder soll das machen, was er möchte. Jeder soll sein Leben so führen, wie er möchte. Ich bin auch niemand, der irgendwie versucht, anderen seinen Glauben aufzudrängen oder seinen nicht vorhandenen Glauben in meinem Fall. Also das ist jetzt von 2017. Er hat doch seinen Glauben, den er schon ein paar Mal erklärt hat, dass man irgendwie... Ach, das war auch so ein... Ich glaube, das ist auch jedes Mal, wenn er es erzählt, erzählt er es anders. Aber er hat ja schon mehrfach gesagt, ich habe diesen Glauben, dass man dann in die nächste Dimension übergeht. Also wenn wir als dreidimensionale Wesen gehen dann in die vierte Dimension über und... Boah, ich kriege es gar nicht mehr zusammen. War da nicht noch auch so was drin von wegen Wiedergeburt und so was? Hat er den erst hier nach dem Gespräch entdeckt? Hatte vielleicht der Benedikt dann doch ein bisschen Einfluss auf ihn? Oder wo... Wie kann ich jetzt diesen Glauben, den er sich hin und wieder ausdenkt, wie kann ich den dann da einordnen? Letzten Endes muss halt jeder wissen, was er sagt. Und... Oder macht, tut, handelt, wie auch immer. Na gut. Wie gesagt, ich habe dich gewandt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass du davor... Ich finde, es ist aber unnötig, mich zu warnen, weil... Ich glaube, die Leute vertrauen mir anscheinend eher. Ich weiß nicht. Also ich vertraue mir wirklich. Weißt du? Okay. Ich werde jetzt zum Schluss noch mal ein paar Fragen sagen, die ich Klartext finde. Ach, du möchtest gehen? Ich gehe jetzt, ja. Aber ich wollte... Ich wollte eigentlich... Ich sollte doch mit dir noch ein bisschen über Sachen reden. Weiß nicht, wir haben jetzt nur über Arbeit und weiß ich nicht, was geredet. Wenn es da immer noch um die Probleme geht, ich habe keine Probleme. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil so viele... Ich kann doch nicht von 50 Leuten gleichzeitig hören, dass du Probleme hast. Ohne, dass du Probleme hast. Ich glaube, dass du Probleme hast. Es ist nichts Böses gegen dich, aber ich glaube... Was für Probleme? Ich glaube, dass du eine Wahnvorstellung hast. Eine Wahnvorstellung? Es ist echt nicht böse gegen dich gemeint, aber ich glaube, dass du eine Wahnvorstellung hast. Es ist mir auch nicht böse gegen dich gemeint, Es gibt bestimmt ein, zwei Leute da draußen. Das sind ja übrigens auch meine Lieblingsmenschen, die die ganze Zeit auf die Kacke hauen und andere Leute runter machen und dann einfach so alle paar Sätze mal reinschmeißen. Ist ja nicht böse gemeint. Das rettet es immer. Da erkennt man auch richtige Goldstücke in der Regel dran. ...die deinen Stream verfolgen, weil sie dich mögen und weil sie das mögen, wie du es machst. Aber geh nicht davon aus, dass die 1030 Leute, die jetzt dir hier zuschauen, wirklich alle auf deiner Seite... Ich finde, du hast Probleme. Du hast Probleme. Warum macht das Rainer denn eigentlich so mit, dass der Benedikt dann im Glauben halt ist, dass die Leute ihm vertrauen würden? Also wenn wir diese Situation jetzt mal ernst nehmen würden, sage ich mal. Weil aus Empathie macht er das ja nicht. Er macht sich ja bestimmt keine Sorgen darüber, wie es dem Benedikt dann geht und ob er irgendwie sich in eine schlechte Situation bringt. Das interessiert den Rainer ja nicht. Also das... Ja, er ist jetzt einfach wieder eingeschnappt, weil es irgendwie nicht hinhaut und der Benedikt nicht halt auch genauso stur bleibt wie der Rainer. Weil das ist ja wohl der einzige Grund, warum Rainer jetzt so darauf beharrt und die Ganze jetzt auch richtig, ja, fast schon ein bisschen beleidigend führt. Weil, ja, der Benedikt will einfach nicht verstehen, dass alle Leute ihn nur verarschen. Mach das Ganze fünf Jahre. Ja, ich weiß. Und du hast Probleme, wenn du dich so lange ärgern lässt und kein einziger da ist, der dir... Weißt du, bei mir sind Leute, die rufen an, um mich mit mir zu unterhalten. Wer sagt das? Und wenn du das fünf Jahre machst... Ich finde, dieser Move vom Benedikt, dass der sich so den Knopf vom Hemd oben hier da dran so rumfummelt, sieht ein bisschen so aus, als würde er sich gleich schlagen wollen. Macht es sich Leute so von der Prügelei, dass sie hier sich erstmal oben ein bisschen Platz machen, damit sie sich auch voll entfalten können in der Schlägerei? Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass ein Gumbel vom Benedikt dazwischen geht und sagt, Bruder, das ist es nicht wert. Ich glaube aber auch, das ist so eine Theorie von mir, viele Leute, die machen erstmal so diese Moves, bevor sie eine Prügelei anfangen, damit nochmal so ein Zeitfenster besteht, in der ihre Kumpels reingehen können. So, Bruder, halt mich zurückmäßig. Das machen ja auch viele gerne, dass die aufmucken wollen, aber auf eine richtige Schlägerei haben sie dann auch keinen Bock. Irgendwie sieht das bei ihm gerade so ein bisschen so aus, wie er so an sich rumzupft. Ohne, dass jemand anruft, der es ernst meint. Warum machst du das? Du wirst sogar angegriffen. Es ist ja nicht böse gemeint. Warum schaust du mich jetzt an? Weil du mir sagst, ich verbreite Irrglauben und habe Probleme. Ich habe nicht gesagt, dass du Irrglauben verbreitest. Dass so viele Leute sagen, du hast Probleme. Ich sagte nicht, dass du Irrglauben verbreitest. Das hast du gesagt. Nein, ich sagte, dass du Probleme hast und dass du im Irrglauben bist. Du bist. Du bist im Irrglauben. Also ich bin, ich habe nicht so viel von Benedikt mitbekommen, außerhalb von diesen Sachen hier und vom Bibelchannel. Außerhalb von den Konfrontationen mit dem Rainer. Ich glaube, ich habe einmal so einen Zusammenschnitt im Kurzen gesehen, wo Leute ihn angerufen haben in seiner Call-in-Sendung da. Falls Leute da jetzt live dabei waren, wurde er wirklich so richtig gehatet? Also wie hat sich das denn geäußert? Weil ehrlich gesagt, wie gesagt, ich kann es jetzt nur beurteilen von diesen Ausschnitten her. Aber ich finde ihn jetzt nicht so super hassenswert. Also eigentlich gar nicht hassenswert, ehrlich gesagt. Er wirkt halt ein bisschen unbeholfen und dadurch halt eher witzig, worauf er es ja wahrscheinlich auch angelegt hat. Also im schlimmsten Fall ist er halt ein bisschen verblendet. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da Leute wirklich böswillig auf ihn draufgegangen sind. Aber ich würde mich mal interessieren, ob das noch Leute irgendwie so ein bisschen im Kopf haben. Also das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte, wäre, dass er dann allen möglichen Leuten mit der Hölle gedroht hat, wenn sie dies und das nicht machen. Also irgendwelchen Personengruppen oder Individuen. Aber sonst, naja. Also die Frage wäre für mich dann aber auch so ein bisschen, wie viele Leute haben sie ihm damals eigentlich abgekauft? Weil das finde ich jetzt im Nachhinein schwer zu beurteilen. Ich finde es auch schwer zu sagen, ob ich sie ihm damals... Ich wäre wahrscheinlich einfach unsicher gewesen. Weil es könnte ja so oder so sein. Also die Rolle, die ist natürlich sehr dick aufgetragen. Aber man weiß ja nie, was es so für Leute gibt. Falls das noch jemand weiß. Man kann es ja auch ein bisschen so aus dem Chat sehen. Wenn ich jetzt hier so in die Chats gucke, habe ich den Eindruck, die meisten Leute sind schon eher davon ausgegangen, dass er wirklich eine echte Person ist. Bi-Fetzettler. Also er geht halt da voll rein und auch in eher witzigen Momenten bleibt er halt todernst. Weil du sagst, weißt du, wenn du sagst, hier rufen keine Leute an, die mich mögen. Du hast keine Erfahrung damit. Aber wenn ich keine Erfahrung habe, warum bist du dann noch so lange on und wirst du hier online und wirst die ganze Zeit so genervt von allen und auch noch angekriechen? Ich bin überhaupt nicht genervt. Ich mache mein Zeug, weil ich Spaß dran habe. Du vermutlich auch. Das ist okay. Aber dann musst du mich doch hier nicht so beleidigen. Ich beleidige dich überhaupt nicht. Ich sage nur, Rainer, du bist in das Gespräch von Sekunde 1 reingekommen und das Erste, was du gesagt hast, ist, dass er eine schlechte Allgemeinbildung hat und dass seine Zuschauer ihn alle nur verarschen und so. Nur weil man jetzt nicht mit irgendwelchen Begriffen um sich schmeißt, kann man trotzdem beleidigend sein. Schon. Ich sage nur, wie du rüberkommst. Ich sage nur, wie du rüberkommst. Du kommst mir gerade vor, wie so einer, der anruft. Diese Ausreden immer oder so diese Wortklauberei. Das ist keine Beleidigung. Ich sage nur, wie du rüberkommst, als würde sich das ausschließen. Quatsch erzählt, weißt du? Weil ich weiß, ich habe so viel... Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache dir einen Vorschlag. Schau auf YouTube. Google einfach mal ein bisschen Drachenlord, Drache, alles, was mit mir zu tun hat. Schau dir mal ein bisschen was davon an und dann komme ich wieder in den Stream. Aber wenn das so schrecklich ist, warum hast du weitergemacht? Weil ich mich nicht unterdrücken lasse von nichts und von niemandem. Von keinen Göttern, von keinen Menschen, keinen Dämonen und nichts anderem. Ich bin ich. Der Rainer, der hat immer so einen Hang zum Pathetischen und zu diesen ganz großen Aussagen und es ist halt nie irgendwas dahinter. Der Grund, warum du das machst und immer weitermachst, ist, weil du vor einer geregelten Arbeit Angst hast, bei der du mit Autoritäten irgendwie zugange bist und denen ausgeliefert bist, mehr oder weniger. Das erträgst du halt nicht und du bist zu faul und zu eingefahren in deine Situation, um da was dran zu ändern. Das ist es. Und hier dann, also es ist so lächerlich, er redet hier von seinem großen Kampf gegen die Unterdrückung, in der auch noch Himmel und Hölle jetzt reingezogen werden. Guck dir diesen Kampf doch mal an, der besteht zu 90 Prozent daraus, dass du auf deiner Couch hockst und jammerst. Weil ich ich sein will. Das ist ja schön, aber hör auf mir zu erzählen, ich habe Probleme, wenn die Leute mehr oder weniger sagen. Das ist nicht nur meine Aussage. Ja, aber es ist nicht nur meine Aussage, dass du Probleme hast. Weißt du? Alleine, weil du so aggressiv wirst, plötzlich. Ich bin aggressiv. Du bist richtig aggressiv, ja. Das ist aber wirklich so ein bisschen der Witz gerade da dran. Der Rainer, der sagt jetzt, ja, weil mir das irgendwelche Gumbels, die ich mir wieder zusammengerendet habe, haben mir gesagt, dass alle Leute dich verarschen und deswegen stimmt es. Aber wenn hier der Benedikt dann sagt, alle Leute sagen mir, dass du Probleme hast, dann gilt es auf einmal nicht mehr. Es ist genau dasselbe. Der schreit. Schreit. Na klar. Ja, also ich finde das nicht gut. Ich finde das auch ein bisschen, ehrlich gesagt, frech. Also eine Menge Leute sind frech. Ich habe nicht geschrieben. Nein, aber du bist unverschämt gewesen. Unverschämt? Ja, unverschämt. Du schreit mich an. Ich versuche dir nur was zu erklären. Ja, du hast mir erklärt, dass ich keine Ahnung habe und Probleme habe und im Irrglauben bin. Das ist ja nicht gerade nett. Jeder, den ich kenne, der deine Streams verfolgt, oder Streams schaust, schau dich entweder, weil die Leute sich über dich lustig machen oder schau dich... Jetzt redet er gerade wirklich eins zu eins über sich selbst. ...die die hier anrufen, die es ernst meinen. Dann musst du vielleicht das mal verfolgen, weil du dann anscheinend keine Ahnung hast. Kann ich machen. Wir machen ganz einfach einen Deal. Du schaust dir mal das Zeug von mir an und ich schaue mir mal ab und zu deine Streams an. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir oft einen anschaue, weil ich selten online bin. Also folgender Deal. Du schaust dir alle meine Sachen an und du recherchierst da auch ordentlich, sonst bin ich nämlich sauer. Und ich, wenn ich Zeit habe und Lust habe, vielleicht, ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht, vielleicht doch nicht, gucke ich mal deinen Stream rein. Ist das ein Deal? ...der Zeit, wenn du an bist, weil ich auch eine Freundin habe, die will auch ihre Zeit haben mit mir und eigentlich andere Sachen... Alter, gibt es eigentlich einen... Also an diesem Satz merkt man doch schon, dass der noch nie irgendwie in der Beziehung war. Also allein, wie der das formuliert, die will auch ihre Zeit mit mir haben. Also stellt euch mal vor, ihr seid in der Beziehung und über euch wird so geredet. So redet man nicht mit seinem Partner. Oh ja, ich muss da noch ein bisschen Zeit freischaffen. Die will ihre Zeit mit mir. Ach, die ist immer so nervig damit. Ey, Rainer. Aber ich werde mal schauen, ob ich da ein bisschen mitschaue. Aber das, was ich bisher mitgekriegt habe, und das ist nicht viel, da hast du recht, aber das, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass so gut wie keiner, der deine Streams hier verfolgt, es sind ein, zwei dabei, ja, aber so gut wie keiner, der hier zuschaut, meint es ernst. Aber was ich hier über dich gehört habe, teilweise, das war echt schrecklich. Und ich habe auch fünf Jahre, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach so verarbeiten kannst. Deswegen erzähle ich ja auch immer. Das kann niemand. Ich kann es dir selbst... Ich kann es dir auch selbst nicht erklären. Dann kann ich dir nicht helfen. Dann kann ich dir nicht helfen. Du solltest vielleicht wirklich, du solltest vielleicht wirklich, wenn du, wenn du dich so fühlst, als ob du, auch wenn du es nicht sagen möchtest, wenn du, einfach nur ein Tipp, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass es dir nicht gut geht, dann solltest, dann solltest du einfach den Glauben annehmen, du solltest dich einfach, du solltest einfach glauben, weißt du? Und dann solltest du in die nächste Kirche gehen und dich da mit jemandem unterhalten. Der wird dir helfen. Ich bin jetzt... Ich weiß. Das ist schon ziemlich smooth von Ben, dass er den so mehr oder weniger in einem Nebensatz bekehren will. Komm, geh doch mal in die Kirche. Ich kann es je mit Glaube wahr und ich kann mein Leben und mein Schicksal besser annehmen, als ich es je mit einem Glauben getan habe. Das ist eine der Sachen, die ich eben gemeint habe. Du schiebst alles oder du setzt viel oder viel zu viel auf den Glaube. Wenn irgendetwas nicht passt... Mein Kanal heißt Bibelchannel. Es geht hier um die Bibel. Das ist okay für dich, aber ich habe eher, seit ich mit dir rede, habe ich eher das Gefühl, dass du eher versuchst, mich dazu zu bekehren, dass ich auch an die Bibel oder an die Religion und alles glaube. Ich versuche jedem zu helfen. Aber ich habe ja keine Probleme. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ich bin hier reingehoben. Aber so viele Leute sagen, du hast Probleme. Außerdem wirst du gehauen. Du hast Probleme. spring von der Brücke, machst du es dann? Nein, natürlich nicht. Also warum glaubst du dann, nur dass... Weil alle sagen, dass ich Probleme habe. Ich habe mehr... Und warum glaubst du dann, dass der Ben gehatet wird, nur weil das dir eine Handvoll Leute erzählt haben, die wahrscheinlich eh nicht mehr echt sind? Und ich habe mehr Hater, als du hier jemals Zuschauer hattest. Siehst du? Und da ist doch der Punkt, wenn dich so viele Leute nicht mögen, warum machst du weiter? Weil ich darauf... Wenn du so viel mehr hast... Weil ich darauf schlage, ich verdiene mein Geld damit. Das ist mein Lebensunterhalt. Das ist, auch wenn du es nicht so siehst... So, jetzt sind wir aber endlich mal bei der Wahrheit angekommen. Weil das hat nichts mit irgendwelchen großen Gesten und diesem pathetischen Gelaber von vorhin zu tun, sondern das ist der einzige Grund, weil er dadurch Geld verdient. Der... Es ist alternativlos und ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass der... Ich weiß nicht, ob er jemals irgendwie Spaß am YouTube-Videos machen hatte. Also man sieht ja, mit was für einer Motivation er seine Videos da macht. Der einzige Grund, warum er jetzt noch Videos macht oder diesen Weg wählt, den er gerade macht, ist einfach, weil das für ihn die einzige Möglichkeit ist, irgendwie Geld zu generieren. Meine Arbeit. Ich lebe davon. Und psychisch, mental, geistig, seelisch, auch körperlich, macht mir das ja nichts aus. Ganz im Gegenteil. Ich habe mein Essen auf dem Tisch stehen, ich habe meinen Strom, ich habe mein Wasser, ich habe alles, was ich fürs Leben brauche. Ich habe Geld, um was zu unternehmen. Was? Ja, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Was zum Beispiel? Keine Ahnung. Ich habe alles, was ich an materiellen Besitztümern brauche. Ja, also der Rainer, der hat kein großes Interesse an materiellen Besitztümern, aber halt, also die, wirklich die Basics, die man zum Überleben braucht, die hat er. Er hat eine Alexa, die er anschreien kann, er hat die Kinderdisco, er hat die Shrek-Maske, er hat die Popcorn-Maschinen und die Zuckerwattemaschine, er hat jetzt ganz neu sein 450-Euro-Mikro, wo er zu blöd ist, um es richtig einzustellen. Er hat Amibos, das braucht der Rainer halt, aber sonst will der ja auch gar nichts. Sogar viel zu viel eigentlich. Und materieller Besitz interessiert mich an sich nicht. Essen, Trinken brauche ich zum Überleben, ganz klar, Strom und Wasser. Also ich glaube, ich habe noch nie so etwas Erbärmliches gesehen, wie dieses Jahr, als er erst hier den großen Empathielort machen wollte, wo er dieses Video gemacht hat, und er hat gesagt, jetzt helft denen doch mal bei der Flutkatastrophe hier. Und damit ist jetzt mein Teil getan, jetzt gib denen mal ein bisschen Geld. Und dann, das hätte er sich aber auch echt denken können, dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, dann spend du doch erst mal was. Geh doch mal mit einem guten Beispiel voran. Nein, ich kann nicht. Ich habe doch gar kein Geld. Ich brauche doch meine Sachen. Ich würde so gerne spenden, aber es geht nicht. Und also, das war doch stundenlang bestimmt, wenn man alles zusammenpackt. Hat er sich gewunden und gejammert. Ich kann nicht. Ich brauche doch das, was ich habe. Ich habe doch nichts zu geben. Aber wenn er hier in so einem Gespräch wieder ein bisschen flexen will, ja, ja, ich habe eh eigentlich zu viele Sachen. Da brauche ich auch. Vor allem für meine Arbeit. Im Fall vom Strom. Darüber hinaus brauche ich nichts. Mit meiner Freundin ab und zu mal was machen. Vielleicht mal in Urlaub fahren oder so. Vielleicht mal irgendwo in Deutschland oder mal im Ausland unterwegs sein. Ja. Das ist schön, dass du das als deine Berufung siehst. Finde ich schön. Ich weiß nicht. Ich würde dir einfach raten, auch wenn du es, wenn das nicht so ist, ich weiß es nicht. Okay, ich kann es wirklich nicht wissen. Vielleicht sind das Leute, die mich hier veräppeln. Kann auch sein, dass du gerade einfach frech bist. Aber wenn du es so bist, es gab Ehrliche. Also, ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Okay, ich kann das bei niemandem sagen, es sei denn, die schreien am Ende Tee raus oder hier das Heilwort. Nee, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ja, ich weiß nicht. Du solltest dir dann auf jeden Fall, wenn es dir nicht so gut geht, dann Hilfe besorgen. Wenn es so wäre, würde ich das schon längst machen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich ernsthaft, ich bin wohl mit einer oder mit der ehrlichste Mensch überhaupt, den du je hier hattest. Aber gut, es ist okay, es ist deine Sache. Ich habe dich gewarnt, ich habe versucht, dir zu helfen. Ich habe versucht, dir zu sagen, dass der Großteil, was hier, oder wie gesagt, ich will echt nicht sagen, dass es alles sind. Weil mir haben alle immer gesagt, du hast nur Hater. Das glaube ich nicht. Das ist auch einfach gar nicht. Ich glaube das bei mir auch nicht, wenn du mit Hater hier die, 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 das gilt mich wirklich so am meisten. Da bin ich gerade selbst überrascht, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber das gilt mich gerade so ein bisschen am meisten an diesem Gespräch. Also wenn man dem Rainer jetzt wirklich einfach mal glaubt und ihm allen guten Willen und guten Glauben, den man aufbringen kann, ihm gibt und so tut, als würde man ihn nicht kennen und würde einfach jetzt mal davon ausgehen, dass er einen guten Willen hat, dann macht das alles noch viel weniger Sinn. Die Aussagen, die er jetzt während dem Stream gemacht hat, die sind komplett wischiwaschi und ergeben vorne und hinten keinen Sinn. Also wenn er jetzt den Rainer beim Wort nehmen würde, was wäre denn dann die Schlussfolgerung? Womit wollte er ihm denn jetzt helfen? Er sagt nicht, hör auf, aber er sagt auch, überleg dir, ob du weitermachst. Und er geht überhaupt nicht in Details. Wovon soll er das denn jetzt abhängig machen, ob er weitermacht oder nicht? Also ich weiß, dass diese Situation ist sowieso unter zehn Schichten von Ironie und so und deswegen nimmt das keiner mehr so wahr. Aber wenn man mal einen Schritt zurück macht, und versucht mal wirklich dem Rainer zu folgen, dann wird das nur noch wirrer. Also das ist glaube ich auch was, woran man wieder einen schlechten oder einen unerfolgreichen Narzissen erkennt, weil ein intelligenterer und erfolgreicher Narzisst, der hätte sich wahrscheinlich einen besseren Deckmantel überlegt. Also wenn wir wieder auf dieses Modell gucken wollen, so die Sachebene, da hätte er sich wirklich zumindest so ein, zwei Tipps überlegt, die man dann dem Benedikt geben kann, auch wenn es keine guten sind, die hätte er dann geben können als Vorwand und so dann ein bisschen geschmeidiger überleiten können, um über sich selbst zu reden. Aber der Rainer gibt sich nicht mal die Mühe, dass das irgendeinen Sinn ergibt. Aber ich glaube einfach, dass es mehr Hater und mehr Idioten sind dabei, als du glaubst oder als du wahrnimmst. Mir wurde immer gesagt, ich habe nur Hater. Ich habe auch Fans oder auch normale Zuschauer. Und bei dir ist es genau andersrum, weißt du? Du glaubst, dass du mehr Fans als Hater hast. Hast du aber nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall genug Leute, die anrufen und das ernst meinen, sodass ich der Meinung bin, ich möchte es weitermachen und ich fühle mich gut damit. Ich habe nichts, das soll aufhören. Ich sage nur, du solltest darüber nachdenken, wie du weitermachen willst und ob du es so weitermachen willst. Aber wie gesagt, das ist letztlich deine Sache. Du kannst es, wie gesagt, da mal anschauen. Das ist das Zeug, was ich gesagt habe. Ich schaue auch ab und zu mal bei dir rein. Werde vielleicht in einer Woche dazu oder in zwei noch mal bei dir reinschauen. Wenn du mich noch mal als Gast nehmen möchtest, darfst du das, dann können wir noch mal drüber reden. Vielleicht hast du da eine Ahnung. Du darfst mich noch mal als Gast nehmen. Gerne. Ich werde mich da mal informieren, ja. Das würde sich interessanter. Das wäre auf jeden Fall gut, weil ich mich dann auch ein bisschen bei dir umschaue, wenn du Streams, dann muss ich an einem Bekannten Bescheid sagen, dass die mich dann immer anschreibt, weil ich fände dich einfach mal. Ja, und wie gesagt, dann können wir noch mal drüber reden. Vielleicht teilst du dann meine Ansichten. Vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Und die Möglichkeit, dass du seine Ansichten zumindest ein bisschen besser verstehen könntest, die besteht natürlich nicht. Bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Kurze Sache noch. Du hast ja gesagt, du möchtest dich in Verbindung setzen. Dann musst du einfach auf meinem Kanal gucken. Oder ich habe jetzt auch einen Twitter. Da siehst du dann, wenn ich sage, ich mache meinen und dann kannst du ja reingehen, dann nehme ich dich auch ran, wenn du möchtest. Ja, wie gesagt, mal gucken. Wenn ich hier bin, wirst du das immer mitkriegen. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer auf Platz 1, es sei denn, du bist da. Ansonsten bin ich eigentlich immer, ich bin wie gesagt, einer von den absolut größten Streamern auf YouNow. Das ist gut. Das ist schön. Genau. Und wenn ich hier bin, das kriegst du eigentlich immer mit, weil die Leute im Chat dann immer schreiben. Dass der Benedikt, dass ich verkneifen konnte, einfach mal zu sagen, ja, ja, ich weiß, aber du hast ja mitgekriegt, ich bin ja nochmal ein bisschen größer als du. Normalerweise. Es kann auch mal sein, dass es mal Faker dabei ist. Ich kriege hier wenig davon mit, außer beschreiben die Leute immer reiner W oder reiner Winkler oder irgendwie irgendwas hier Rudi, Rudi ausbuddeln oder so. Das finde ich nicht witzig. Das ist mein Vater gewesen. Ja, habe ich schon gehört. Finde ich gar nicht witzig. Finde ich absolut nicht witzig. Und ich finde, ihr solltet damit aufhören. Das ist zum Beispiel einer dieser psychischen Misshandlungen, wo sie meinen, dass mich das psychisch angreift. Klar, ich finde es nicht gut, im Gegenteil. Aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt mental angreift. Ja, klar. Da geht es ja auch um einen anderen Menschen und nicht um reiner W. Wieso solltet ihr dich das angreifen? Dafür bräuchte man ja Empathie. Selbst für seine eigene Familie. Also das kann man ja vom Reiner nicht verlangen. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Na gut, damit danke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich muss jetzt wirklich los, weil meine Freundin, die... Ich muss auch... Ja, ja, die Freundin. Die steht schon im Türrahmen nebendran und die braucht ihre Dosis reiner, sonst fängt sie an, Kissen zu werfen. Schlafen gehen, ich bin müde. Dann noch viel Spaß an alle Leute, die jetzt dabei sind. Seid mal ein bisschen freundlicher zu dem Dude. Danke. Ansonsten haut rein und tschütschü. Tschüss. Ja, naja, ich fand das ehrlich gesagt ist der, ist der, ja... Da habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Besser hätte man das jetzt wahrscheinlich nicht zusammenfassen können. Ja, danke für das Schlusswort, Benedikt. Ich habe jetzt aber auch wirklich nicht mehr groß was hinzuzufügen. Ich glaube, das war aussagekräftig genug. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis demnächst. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.